Ja, schönen guten Männleute. Ich bin's wieder, euer Arni. Ja, äh, und eure nette Mulle ist auch dabei. So schnell kann's gehen, äh, so schnell steht wieder eine Frage im Raum, die ist lichtig zu schönen guten Männle, meine lieben Freunde. Genau, und, äh, wir begrüßen uns euch natürlich noch auf unserem kleinen, aber feinen Anti-Mobbing-Kanal. Anti-Rumpel-Kanal. Rumpel-Kanal, genau, stimmt. Haben wir jetzt alles abgefrühstückt? Ich glaube ja, also wir haben jetzt, äh, Roxo, Uti, den heiligen Ofenkäse, dich und mich. Ich glaube, wir haben alle, alle kopiert. Äh, ich bin's wieder. Nee, nee, stopp, es fehlt, es fehlt, es fehlt noch, es fehlt noch wieder, äh, Servutz und zurück bei der Hagebutt, ne? Ja, natürlich, 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 Ehemann, Ehrenmann. Äh, was trinkst du denn heute? Ähm, witzigerweise ein Adelholz, eine Eistee-Waldschere, ganz aus der Reihe heute. Ganz exotisch. Als du Adelholzner gesagt hast, dachte ich, jetzt kommt irgendwas Interessantes, aber dann kam Eistee. Schade, schade. Dafür bin ich da, um Erwartungen zu täuschen und zu drücken. Und zu enttäuschen, das finde ich sehr schön, fände ich sehr lobenswert von dir, dann muss ich's nicht tun. Mhm. Äh, ich hoffe, der Sound ist okay, wir haben gerade eben Testaufnahmen gemacht. Letztes Mal ist es bei mir jedes Mal die Testaufnahmen trotzdem in den Binsen gegangen. Warum, weiß der lieber Arnie nicht. Äh, passiert einfach. Warum ist denn hier dein Bild nicht an, Mann? Also, Arnie. Du hast mich doch gerade eben noch auf Stream Deck gepackt, Anette. Ja, ich hab's vorsehen draufgedrückt, glaube ich, gerade. Egal, das bleibt drin. Also, dich kann man auch nichts machen lassen, ne? Nee, ich kann's auch hier anlassen. Wenn die nicht verkackt sind, dann beschwert euch hier schön bei Anette. Ja, genau. Die hat's mich verkackt. Beschwerde euch bei Anette, bitte. Ja, Anette, äh, was ist passiert in letzter Zeit? Ich hab, äh, gerade eben das Video vom Heiligen Ofenkäse gesehen. Mhm. Äh, fand ich sehr ehrenhaft. Es geht darum, dass es nicht nur eine Meinung im Game gibt. Das finde ich absolut richtig. Und ich finde, das macht das Game auch so... Ich hab nicht nur einen Haider. Genau. Es gibt nicht nur eine Art Haider im Game. Genau, und das macht das Game auch so spannend, finde ich. Also, dass es halt mehrere Meinungen gibt, und das finde ich halt sehr gut. Dass er das angesprochen hat, fand ich auch sehr gut. Ja, vor allem, wenn man seine Meinungen immer schön frei äußern kann und nicht im Discord-Voice-Chat mit halt deinem Maul angeschrieben wird. Wer macht denn sowas? Ich weiß nicht. Mir fällt da spontan niemand ein. Ich, mir auch nicht, mir auch nicht, mir auch nicht. Ich hab letztens irgendwo eine Kommentare geschrieben, und da wurde mir das auch geantwortet. Ich weiß auch nicht, wo das war. Irgendwas mit A. Keine Ahnung. Und das neue Video von Ofi, hab ich gesehen, hier, Ofi und die Welt. Das neue RimWorld ist da. Ja, das feier ich sehr hart. Das schaue ich immer beim RimWorld spielen, schaue ich mir seinen RimWorld spielen an. Ja, ich bin ein einfach gestrickter Mensch. Das ist aber schon hart komisch, ne? Ja, ich bin ein sehr einfach gestrickter Mensch. Ich gucke RimWorld, während ich RimWorld spiele. Tatsächlich sogar ein Zadler. Ich find das immer total schlimm, wenn ich mal ein Spiel habe, wo ich sehr viel Zeit rein investiere, also einige Stunden, weil das ja gerade wieder neu ist oder ich das neu entdeckt hab oder so, ne? Und währenddessen schaue ich auch noch eine neue Serie. Und dann sind diese Serie und das Game immer miteinander verbunden. Dann weißt du, immer, wenn ich eine Folge von dieser Serie sehe, ach, da hab ich damals Subnautica gezogen. Ja, ja, ja. Und wenn ich Subnautica spiele, dann denk ich mir, ach, jetzt wär's schön, hier die eine Serie wieder anzumachen. Das hab ich gesagt, Musik aus der Kindheit. Ich weiß noch, also, was war das für ein Lied? Was hab ich da viel gehört? Die Filmmusik, glaub ich, von Bandits, Don't Forget to Catch Me. Okay. Das hab ich gehört, als ich bei Secret of Mana meine Zauber hochgelevelt habe in der Wüste. Wir haben ja gestern auch herausgefunden, spontan im Voice, dass du ja auch LoL spielst. Ja. Ich bin ein unglaublich guter LoL-Spieler. Ich hab sogar schon mal ein Match gewonnen. Gut, ich war das Match über AFK, aber wir haben gewonnen. Äh, das lag natürlich an mir. Ich dachte, wir können jetzt ernsthaft etwas starten, Arnie, ne? Aber, äh. Du mit mir ernsthaft starten. Also, richtig so feste Beziehungen und so, oder? So fest auf eine Lane, weißt du? Ach so, sind wir auf eine Lane. Welche Lane gehst du schon immer? Und dann richtig durch die Elo-Hölle durch. Ich bin eigentlich Main ADC und Auswahlrolle ist Top-Land. Ich kann aber auch einen guten Support. Ja. So ähnlich geht's mir auch. Ich geh immer unten lang. Aber wenn du was sagst, du gehst immer unten lang. Dann weiß ich auch, du hast, du, du warst nie gerankt, oder? Was? Was ist das denn? Ich versteh nicht, was ich meine, Frau Mulle. Warte, ich war Gold-Elo. Ja, äh. Ich hab verstanden, dass ich den Beruf zu verlieren. Ich war locker Platin-Elo. Locker. Äh, du bist doch Iron 5 hier. Oder Iron 4 ist es, ja. Bestimmt. Ist das was Gutes? Ist das der letzte Rotz, weißt du? Dann nicht. Dann bin ich das wirklich nicht. Nee, natürlich nicht. Nein. Wäre es was Gutes, wäre ich es wahrscheinlich. Ne? Äh. Das ist eine klare Sache. Was ist, äh, sonst noch passiert? Äh, Raini hatte wieder gestreamnet. Äh, war öko. War, haben wir gestern im Stream gemacht. Das hat viel Spaß gemacht. Gestern beim Stream. Äh, oder unser Stream hier mit Fuddel. Die Stream-Zusammenfassung? Nee, äh, wir haben die gestern im Stream ja durchgenommen. Gestern, äh, hab ich mit, äh, dem Henk Losse und dem Fuddel, haben wir zusammen gestreamnet. Ja, ich weiß, ich war ja auch mit dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also im Chat. Also wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kann ich mir nur empfehlen. Alle, die im Chat gefragt haben, warum ich nicht dabei war, die haben mich nicht reingelassen. Die haben gesagt, heute ist nur Salam-Party. Ja, war nur Sausage-Party heute, äh, gestern. Also entweder hättest du dir schnell eine Sausage wachsen lassen müssen, oder wenn du das nicht kannst, äh, dann darfst du halt nicht mitspielen. Das ist wie ein Vegetarier beim Grillen. Dann darfst du halt nicht mitspielen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich zeig dir mein Würstchen. Oh, ich dachte, wir reden hier über ernste Sachen. Wie über LOL. Also ich geh über LOL immer unten lang, wie gesagt. Ich nehm Miss, äh, F. Irgendwas mit F? Fortune, oder wie heißt die? Fortune, ja. Fortune, ja. Die nehm ich. Bro, die ist die beste einfach. Und da knall ich einfach alles weg. Ich weiß sogar, dass man Sachen kaufen kann. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass man's kann. Oh, Arnie. Du wirst dich wundern. Warum stöhnst du denn so, wenn du meinen Namen sagst? Hallo? Das ist eigentlich eher Verzweiflungsbrummeln. Das ist mir so säufzt, meinst du? Ganz genau. Diesen Effekt hab ich auf Frauen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Merkwürdig, merkwürdig. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Ja, ähm, gut. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Natürlich nicht, wir haben Arbeit. Genau. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Ich sag erstmal, danke, dass du nachfragst. Ich trinke natürlich deutsches Wasser. Ach so, äh, ja, was trinkst du denn eigentlich? Zu spät. Äh, okay. Ja. Aber über meine Leute. Du redest es mir halt nicht, dann behalte es halt für dich. Ich hab doch gesagt, deutsches Wasser. Ich sag ja zu deutsches Wasser. Ja, jetzt musst du mir auch nicht mehr sagen. Zu spät. Hab schon. Es gibt, äh, seit ein paar Jahren, hab ich entdeckt, äh, richtig tolles Wasser aus dem Schwarzwald. Das heißt Black Forest. Wer hätte es gedacht? Ich bin glücklich für dich. Ähm, das schmeckt tatsächlich richtig gut. Du hast nach Jahren Wasser entdeckt für dich. Finde ich, ich bin stolz auf dich. Ja, also, ich hab vorher mal was aus der Leitung getrunken, weil ich mir gedacht hab, es lohnt halt nicht, Wasserflaschen zu kaufen. Weißt du, wenn ich Wasser brauche, dann mach ich die Leitung an. Ja, mach ich auch immer. Ich hab, bei mir war es genau andersrum. Ich hab halt früher immer nur Sprudelwasser getrunken. In Spanien bekommen und das war super schlecht, ne? Und, äh, seitdem, äh, gibt's gute, gute Kranenberger. Äh, in meinem Elternhaus hatten wir nur Sprudelwasser, weil meine Mom immer gesagt hat, äh, Wasser ohne Sprudel schmeckt wie eingeschlafene Füße. Ja, hab ich mir auch gesagt. Ähm, ich fand das aber furchtbar. Ich hab dann immer sehr viel weniger runterbekommen, weil das einfach dieses Sprudel, das war mir einfach zu viel. Man bekommt weniger runter. Mittlerweile kaufen die gar kein Wasser mehr, weil die haben nämlich einen Söder-Stream. Ähm, aber... Annette ist ein bisschen verliebt in den Söder, das sollte man dabei erwähnen. Ein bisschen. Ich, ich find das Wortspiel einfach nur nice. Wenn, wenn Markus Söder irgendwann streamen sollte, dann ist das ein Söder-Stream, okay? Und darauf wartet. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Darauf baut mein ganzer, darauf baut der ganze Job auf. Deine ganze Existenz, deine ganze Existenz baut darauf auf, ja, 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 ja. Ich warte nur bis zu dem Tag. Gut, 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 gut. Und dann werde ich im Chat sein und sagen, hier ist die andere Bulle. Laden Sie mich mal ein, rufen Sie mich mal im Discord an. Ich tue auch was für Sie, zwinker, zwinker. Ich lese hier noch den Text vor, kein Problem. Wer hat das gesagt? Okay. So, also was auf, ich hab in den Kommentaren, ich frag ja oft mal nach, ich frage jetzt auch wieder Leute, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes Video? Ich werd natürlich auch zwischendurch so ein paar Klassiker machen, die mir ganz gut gefallen. Aber ich schreib ja oft rein, Leute, was gefällt euch denn so? Dann sagt ihr so Sachen wie, hier der Anruf bei der Käferbande zum Beispiel. Fände ich, die Idee fand ich super, aber die Leute wollen halt nichts mit dem Game zu tun haben und das muss man halt respektieren. Also, das geht leider nicht. Aber es kam noch, was ich alles habe. Und da hab ich mir gedacht, das ist eine sehr gute Idee. Was hat der denn alles so, weißt du das? Und dann hat er fünf Leute gefragt und fünf Leute haben abgesagt und haben gesagt, das kannst du dir in den Arsch schieben und dann hat er gedacht, ach, da im Eck sitzt noch eine Annette. Genau. Die Reserve. Ich hab zehn Leute gefragt, Mama macht ihr mit, alle zehn Leute haben gesagt, nee. Und da hab ich gesagt, na gut, Annette, komm mal her. Hab ich gesagt gehabt. Genau. Genau. Eigentlich hab ich dich ja sogar als erstes gefragt jetzt, also muss ich mal sagen. Ja, ist natürlich alles nur Spaß, um Gottes Willen. Heute Morgen um halb fünf hab ich ins Discord geschaut, als ich aufgestanden bin. Und haben natürlich eine Nachricht von Annette bekommen, ich bin hier, ich bin wach. Bitte loslegen. Und da hab ich gesagt, okay. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, er hat immer gesagt, oh ja, wenn ich aufnehme, dann immer so früh, aktuell und so weiter, deswegen bin ich extra wach geblieben. Ja. Damit ich diese Ausrede nicht mehr, damit ich diese Ausrede nicht mehr erzog. Genau. Damit ich da sagen kann, tut mir leid. Ich hab schon aufgenommen, heute Morgen um fünf. Naja, wenn, dann steh ich nun mal auf. Und dann hab ich, meist hab ich Bock dann auf so ein Video. Und dann hab ich mir, dann denke ich mir, warum soll ich's mit... Wer steht denn auf fünf Uhr auf? Weiß ich nicht, ich halt. No. Ja. No. Ne. Das arbeitende Volk ist nun mal, äh, um fünf Uhr wach. Naja, gut sagen, manchmal um sechs. Das urlaubende Volk nicht. Ha. Ha. Oder das urlaubende Volk ist noch um fünffach. Ja, das können wir uns ja auch machen. Selbst die Geschichterarbeiter auch, die sagen dann, ich geh jetzt zur Arbeit, ne. Das ist schwierig, schwierig. Wir haben uns aber heute... Moment, 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 ich möchte noch ganz kurz... Ja. Ich möchte noch ganz kurz, äh, auf dem Schanzenwatch-Broadcast sind übrigens neue Bilder von der Schanze aufgetaucht. Die Natur holt sich das Ganze zurück. Oh, schön. Das sieht sehr friedlich daraus. Sehr schön, hast du die da zufällig? Dann blende ich die ein, wenn wir das dürfen. Äh, ich könnte dir fix per Telegram, also per, aus Telegram raus und... Ich hab gar kein Telegram. Nein, dass ich sie mir aus Telegram raussuche und sie sich dann per Discord schicke, so rum. Nee, brauchst du nicht. Du kannst ja schon mal... Wir können ja den Schanzen, äh, wir können ja das Ding hier verlinken, unter dem Video einfach. Und da können sich Leute... Oder das, oder das, genau. Erinnere mich nur nachher dran, dass ich es auch verlinke. Ja. So, äh, ich baue mal kurz um hier. So, ich hab kurz, äh, umgebaut, umgebaut. Äh, die Annette ist jetzt direkt vor mir, sozusagen. Direkt in meinem Sichtfeld. Ich finde das wirklich schön. Nicht vor dir? Was? Ah! Und die, was hast du dazu? Ah! Ah! Okay, und die, und die hat auch seinen Senf dazugegeben. Ah, hast du ihn eingeblendet? Ja, natürlich, natürlich. Ich find's immer schade, dass man das im Video und Stream selber nicht hört, so. Aber ist das so. Wir sehen hier, äh, rechts sehen wir einen, äh, wunderschönen, äh, wunderschönen Menschen. Ne? Das kann man, glaub ich, so sagen. Lelelele! Äh. Und dieser Mensch möchte uns erzählen, was er alles hat. Und es ist, ja, schon ein bisschen herrlich ist. Ich hab das Video nur einmal gesehen, halt, äh, damals beim Spiegellord. Und, äh, seitdem nicht mehr. Außer natürlich, wenn's reaktet wurde. Dann guck ich mir das oft mal an. Wenn das, äh, Leute wieder rauskramen. Tatsächlich kenne ich, also ich weiß, dass das Video existiert. Ich weiß, dass er das Video gemacht hat mit dem, was ich alles habe. Ich weiß auch, dass es, äh, sehr zerrissen wurde. Ich habe das Video nie in seiner Gänze gesehen. Dann, äh, freue ich mich jetzt, dich entjungfern zu dürfen. Hörtlich. Total. Weiter, weiter, komm. Wir gehen einfach hier rein in den, äh, Ding hier. Metal, Lude. Metal. Herzlich willkommen. Und meine Stimme ist immer noch ganz schön im Arsch. Dann musst du aufhören, nachts. Oh, schön. Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist schön gestoppt. Das ist ein wunderschönes Bild. Meine Damen und Herren, bitte schnippig tun sie jetzt. So, Leute, da sind wir wieder. Ich habe es mir selber gerade kurz geschnippigt hult und direkt in den Annette-Ordner gelegt. Natürlich, ne? Immer, wenn ich was schnippigt hulte, kopiere ich es einfach in den Discord mit Annette. Genau. Man sitzt hier am Rechner, man denkt sich nichts Böses und es ploppt eine Nachricht von Arnie auf. Und man denkt sich, ach, was braucht er denn jetzt wieder? Na, was braucht er denn eingelesen? Was ist denn los? Und dann macht man auf und man sieht einfach nur ein Bild von Rainer. Irgendein Bild aus irgendeinem Video. Und man weiß, ach, man war Ablage. Ich packe das immer bei uns in das Discord-Gespräch rein und dann, wenn ich es brauche, kopiere ich es mir da raus. Das ist clever. Ich glaube, das behalte ich mir aber trotzdem, weil das ist auch super für irgendeine Konversation mal zum Schicken mit der rausgestreckten Zunge. Stimmt, stimmt. Da könnte man, ja, da hast du recht. Das ist ja schön. So, also wenn er nachts weniger schreien würde, würde er wahrscheinlich auch eine bessere Stimme haben. Was meinst du? Wie würdest du dich anhören, wenn du nachts immer schreien würdest? Auch wahrscheinlich anders. Wir wissen ja auch, jedes Mal, wenn er singt, wird seine Stimme natürlich besser. Deswegen ist das letzte Einhorn-Singen unabdingbar, um eine bessere Singstimme zu erhalten. Kompletter Quatsch. Natürlich wird durch Training, durch gutes Gesangstraining, wird deine Stimme besser. Das ist klar, freilich. Das Problem ist, wenn du immer weiter falsch singst, ich habe diese Story schon mal erzählt, ich war mal im Bowling-Verein und den ersten Abend, wo ich da war, habe ich so gebowlt, wie ich. Also ich habe natürlich, bevor ich meinen ersten Auftritt hatte, bin ich natürlich noch ganz auf Bowling gegangen, damit ich nicht so als kompletter Loser dastehe. Und dann habe ich mir in dieser Zeit, ich bin natürlich besser geworden von den Pins her mit der Zeit, aber ich habe mir einfach so einen falschen Stil angewöhnt und je mehr ich geübt habe, desto falscher wurde es. Weißt du? Gibt es? Natürlich. Falsch und falscher? Nee. Falsch, falsch am fälschigsten natürlich. Gut, gut, gut. Stimmt. Ich glaube, bei Big Bang Theory, es wäre falsch zu sagen, die Tomate wäre eine Frucht, falscher wäre es zu sagen, die Tomate wäre eine Hängebrücke. Guter Vergleich, guter Vergleich. Guter Vergleich, guter Vergleich. Es sei denn, es ist eine Hängebrücke in Form einer Tomate. Dann ist es natürlich eine Tomate. Ja. Das wäre eine sehr hässliche Hänge. Aber das ist natürlich richtig, wenn du dir von vornherein die falsche Technik an... Es geht zwar in dem Moment wahrscheinlich einfacher für das, was du es brauchst, möchtest du dich aber in den höheren Bereich verbessern und du hast von vornherein eine falsche Technik drin, wird das einfach nicht. Ich musste alles wieder komplett verlernen und das Richtige dann neu lernen. Und bei Reini ist es auch so, dass er sich einfach ein falsches Singen angewöhnt. Es ist komplett falsch. Und es macht seinen Gesang dann auch niemals besser. Das ist bei allem so, was ein bisschen anspruchsvoller ist im Endeffekt. Was du dir einmal falsch angewöhnt hast, nur weil es in dem Moment funktioniert. Manchmal denkst du auch, du kannst so ein bisschen, im Englischen heißt das ja Cutting Corners, also irgendwie abkürzen, ein bisschen cheaten. Aber es macht es halt nicht richtig am Ende. Genau, genau, das ist es. Das ist genauso, als wenn du sagst, das heißt nicht unten lang gehen. Das ist halt auch falsch, was du sagst. Entschuldigung, das ist die Botlin. Ja, das ist unten lang. Ja, sicher ist das unten lang. Ja, folgendes. Folgendes, jetzt alle. Ich bin heute schon ein bisschen länger wach, aber ich sehe immer noch scheiße aus. Ich habe eine E-Mail bekommen. Genau genommen habe ich ein paar Dutzend E-Mails bekommen. Was schätzt du, wie viele von den paar Dutzend hat er gelesen? Eine einzige. Denke ich auch. Und ich habe mir gedacht, ich korrigiere jetzt mal ein bisschen und gehe mal hier ein bisschen. Das macht er sehr gerne. Ich finde auch die Aussage paar Dutzend schwierig, weil wir alle wissen wie Reiner und Zahlen. Gut, ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie Menschen. Wer war denn das letzte Mal? ZDK, glaube ich. Der wusste nicht, was ein Zentner war. Du wusstest nicht, was das Wort Albinismus bedeutet. Ey, toll, weil ich halt nicht drauf kam gerade. Natürlich wusste ich. Bleib mal auf dem Boden. Du weißt nicht, was unten lang geht. Halt dein Maul. So. Ich bin auf das Thema ein. So, ein gewisser Marius hat geschrieben. It's a lie. Marius. Da hast du, du hast nichts. Du hast keine Arbeit. Du hast keinen Schulabschluss. Hat er auch recht. Du hast keine Freunde. Ja. Du hast keinen Sex. Und du hast keine Familie. Dann hat er mehrfach recht. Du hast nichts. Viel Spaß damit. Ja, auch ich wünsche dir viel Spaß damit. Das war's mit dem Video. Ach, schon vorbei. Schön. Wunderbar. Dann können wir wichtigere Dingen nachgehen. LoL spielen, meinst du? Ja. Wollen wir eine Runde LoL spielen nach dem Video? Zeig dir das. Ich glaube, ich werde dann einfach nur noch weinen. Ja, natürlich, weil ich halt alles vernichten werde und du, ach komm, egal. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Wir haben uns vor ein paar Wochen, das ist schon wieder Anfang des Jahres, gab es so eine kleine, auf unserem Server, so eine kleine LoL-Offensive quasi, dass hier jemand gesagt hat, ach komm, lass mal installieren und lass anfangen zu spielen, ne? Und ich habe Roxo mit mir auf die Lane genommen, ne? Und ich habe gesagt, Roxo macht dies, Roxo macht das, Roxo macht hier, guck doch. Ich habe dir doch gesagt, geh zurück, geh doch zurück. Ich habe gesagt, geh zurück. Zurück, zurückgehen ist immer schwierig, finde ich. Der hat nur zwei Matches mit mir gemacht, der war dann auch total angefressen. Nee, also ich bin überhaupt nicht angefressen. Wer in irgendeiner besser als ich, ist in irgendwas, lerne ich halt gerne. Ich bin kein Pro-Spieler, weißt du? Ich bin kein Pro-Spieler, aber ich bin auch halt, ich bin halt scheiße ungeduldig, ne? Wenn ich dir das fünfte Mal sage, geh einfach zurück, ne? Ja, du musst mit dieser Miss Fortune, Fortune, ne? Fortune. Fortune. Fortune, Alter! Die immer unten lang geht. Da musst du ja sowieso immer auf Distanz bleiben, weißt du? Das ist, äh, da läuft man ja automatisch zurück. Ich mag die. Du magst die, weil sie große Titten hat? Das hat niemand gesagt. Nein, ich mag die einfach, weil sie der Range-DD ist, der unten lang geht. Das sehe ich nicht. Das ist aber einer von 20 Range-DD. 20 reicht gar nicht. Ja, aber sie, das ist die beste Range-DD. Ne. Doch. Ich, ich bin Ashmane, das, äh, die ist die beste Range-DD. Kannst du mir nicht mal zeigen? Ich hab noch ganz viele Punkte, ich kann, äh, Charaktere kaufen sozusagen. Ja, fass bitte Ashmane. Wenn dir so viele von euch sagen immer, dass ich arrogant bin. Wenn dir das so viele sagen, könnte es unter Umständen daran liegen, dass da was dran ist. Arni, du bist ganz schön arrogant. Das haben mir noch nicht viele gesagt. Leute, ihr wisst, was jetzt kommen muss. Ich denke, schmusi. Na? Ja, schmusi. Ich bin so arrogant, weil ich mich für was Besseres halte, weil ich mich für was Krasseres halte, weil ich mich für jemanden halte, der ich angeblich nicht bin. Ich find's schön, dass er das jetzt selber sagt, da müssen wir es nicht tun. Ich find's sehr schön. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Genau, genau, genau. Gut. Ihr wollt Arroganz? Nee. Könnt ihr haben? Na gut, aber kriegen wir trotzdem. Meine Antwort. Ich find's schön, wir haben nicht danach gefragt, wir bekommen es trotzdem. Wir bekommen ungefragt richtig geile Sachen. Ich würd sagen, das nehmen wir gerne an. Dankbar. Dankbar, natürlich. Eigentlich müsstest du jetzt, wenn er fragt, so, ihr wollt Arroganz, dann müsstest du eigentlich dieses wie bei Kinderfernsehen, dieses, nein, wie beim Puttentheater. Weißt du, was ich meine? Das seh ich mich nicht, das seh ich mich nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Wo diese Nachricht war, ich hab sie noch nie abgeschickt, mach ich aber gleich. Ich mache YouTube. Das ist meine Arbeit. Okay, gebe ich ihm. Ich hab einen Schulabschluss. Den gebe ich ihm nicht. Nee. Er hat ein Abgangszeugnis, aber keinen Abschluss. Genau. Auch wenn er was anderes behauptet. Ich hab vielleicht keinen guten, aber ich hab einen. Seh ich mich nicht. Nee. Ich muss noch mal bedenken, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt ja gar nicht großartig jetzt auf irgendwelche Fälle eingehen, aber die sagt doch garantiert der Name Natascha Kampusch was, oder? Ja. Die hat innerhalb von zweieinhalb Jahren, nachdem sie geflüchtet ist, ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Ja, das ist ehrenhaft. Ich geh mal davon aus, dass sie nicht... Sie hat zwei Jahre dafür gebraucht, sondern sie hat halt, ne, ab der Flucht, da zweieinhalb Jahre später, hatte sie dann, hat sie den Hauptschulabschluss gemacht. Ich weiß nicht, ob diese hätten durchfallen lassen, aber, äh, oder ob sie den hinterhergeschmissen bekommen hat, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich, ich will mich da nicht festlegen. Aber egal, ob sie, ob sie ihn hinterhergeschmissen bekommen hat oder nicht, ne, jetzt mal von der Leistung mal abgesehen, aber sie hat sich drum gekümmert, dass sie einen bekommt. Das ist, äh, richtig. Das stimmt. Ich bin unabhängig, wie gut der war oder welche Noten. Ja. Aber für Echte, ich habe Sex, auch wenn ich vielleicht aktuell keinen habe. Ich habe Sex, auch wenn ich keinen habe. Okay. Hast du auch Sex, wenn du keinen hast? Ja, natürlich. Ständig 24-7. Das ist ehrenhaft. Deswegen störe ich dir immer hier durch die Gegend. Ach so, deswegen. Ja. Ich habe keine Familie. Die hast du eigentlich, aber die hast du ja verstoßen. Und erzählst dann aber letztens im Stream, dass du verstoßen wurdest. Ja, das ist auch ein sehr schönes... Wie man es halt gerade braucht, ne? Wieder ein sehr schönes, äh, Meme eigentlich. Äh, nicht scharf genug, nicht scharf genug. Ja, leider. Das ist richtig. Ich würde also sagen, nur einer von fünf Punkten. Ne. Aber, was ich auch noch habe, ich habe ein eigenes Haus. Das geerbt wurde und nicht erarbeitet wurde, ja. Nicht erarbeitet, ne. Und die Aussage, ne, ich meine, die ist vom 4.8.2021, die ist sehr schlecht gehalten. Mhm. Ganz schlecht gehalten. Stimmt. Das Grundstück. Ich habe drei Autos. Ja, okay, wie viel davon fahren? Keins davon fährt. Ey, nur weil ich 20 kaputte Fahrräder im Keller stehen habe. Ja, okay, ich habe 20 Fahrräder, aber keins davon fährt. Ja, aber das wäre das Gleiche, als wenn die Lulovs jetzt ein YouTube-Video machen, in dem sie sagen, wir haben 200 Autos. Ja, und? Ey, ganz ehrlich, ne, die Lulovs, die sind zwar auch ein Fall für sich, ne? Ja. Aber die waren unterhaltsam. Die waren unterhaltsam und die haben zumindest das. Die waren jetzt nicht die hellsten Kerzen. Aber das, was sie gemacht haben, haben sie verstanden. Da hatten sie Ahnung davon. Würde ich auch sagen. Braucht mich ein ganz davon fährt. Schlecht, schwierig halt, ne? Mhm, sehr schwierig. Ich habe einen super PC. Ja, er denkt ja, er hat einen Laptop mit einer 3090-Grafikkarte. Wurde mir heute auch kommentiert, dass das gar nicht geht, weil hier in Laptops gar keine 3090 eingebaut werden, weil die gar nicht gekühlt werden können. Rainer hat doch einen ganz besonderen Laptop. Ey, ich habe, da habe ich keine Ahnung. Da habe ich eine scheiß IQ. Rainer hat einen ganz besonderen Laptop, wie er auch ein ganz besonderer Mensch ist. Eine krasse Anlage. Ich habe, wir haben die Anlage gesehen. Es ist halt, ne? Ich habe eine Super-Nintendo-Konsole. Eine N4. Habe ich auch. Ich nicht. Ich habe eine Wii. Eine N64. Habe ich auch. Ich habe eine Wii. Eine Wii. Eine Wii. Eine Wii hat er auch. Eine Wii U. Eine Wii U? Und eine Switch. Junge, was ist das? Jetzt mal ohne Spaß. Wenn ich jetzt eben Ebay aufmache, gebe ich vielleicht 500 Euro aus und habe auch alles. Und das Teueste davon ist die Switch. Ah, weiß ich nicht. So eine alte N64? Die ist nicht so günstig zu erstehen wahrscheinlich. Wenn die funktioniert. Oder ein Gamecube oder sowas. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe eine Playstation 2, eine 3, eine 4. Gamecube habe ich auch. Den habe ich mir für, für was habe ich mir denn gekauft? Ich glaube für 70 Euro mit zwei Spielen. Echt? Weil ich da Mario Smash Soccer haben wollte. Weil das halt auf der Konsole damals, auf der Wii konnte es überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen wollte ich es dann auf dem Gamecube haben und habe dann mit zwei Spielen, ich glaube, 60 oder 70 Euro bezahlt. Wie krass. Ja, wie gesagt, ich habe einen PS2, 3, 4. Also hier ist gerade zum Beispiel hier bei so einem Rebuyer oder Reseller kostet der N64 80 Euro, wenn die durchgecheckt ist und so weiter. Also wenn du die gebraucht, irgendwo bei Ebay kaufst, kriegst du vielleicht für 40, 50 Euro. Ja, dann geht fit. Außerdem eine Xbox 360 und eine Playstation 2. Ja, wie gesagt, 50 Euro zusammen. Ich habe 500 Spiele insgesamt auf meinen Konsolen. Ungefähr. Es könnten sogar ein paar mehr sein. Ungefähr. Wir wissen auch, dass er mal 600 DVDs hatte, angeblich. Von denen hat man, wie viele gesehen? 20 insgesamt in den ganzen Jahren? Er hat über 500 Spiele und spielt aber so Stream-technisch oder halt Let's-Play-technisch die gleichen fünf. So ist es. Fable, äh, Fable, Celad, äh, Brutal Legends und Borderlands. Ja. Fable, Celad, Legends, Borderlands sind vier Spiele. Ja, mehrere. Ich glaube, das waren jetzt zwei oder drei Celad-Teile, ne? Ja, Celad. War ja breit aufs Wind und dann ... Er hat doch fast nur breit auf den Wind gespielt. Ne, Twilight Princess hat er ja auch. Na gut. Ist ja, glaube ich, eins seiner Lieblings, obwohl er kein Lieblings hat. Richtig. Ja. Was war dein Lieblings, Zelda? Ähm, ich hab nur eins gespielt. Und, äh, das ist das Einzige, was ich auch besitze auf meinem Nintendo 3DS. Das ist Ocarina of Time. Ocarina of Time, was auf dem N64 rausgekommen ist. Das wurde für den 3DS neu aufgelegt damals. Okay, das war ... Und da gab's auch einen 3DS in der ... Den hab ich auch in schwarz mit goldenen Ornamenten drauf, ähm, von Zelda. Also ich hab diesen Zelda Ocarina of Time Edition 3DS. Nice, nice. Das war auch schick aus. War, glaube ich, auf dem alten Gameboy noch Link's Awakening. Oder halt auf dem Super Nintendo Link to the Past. Ich glaube, es hieß Link to the Past. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Zelda hat mich ... Ich kenne das Genre. Äh, das Genreht, Entschuldigung. Ähm, aber ich weiß nicht, Zelda hat mich nie groß gehuckt. Also ich fand Ocarina of Time schön. Ich hab's gern gespielt. Aber, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nie ... Ich hab die Pokémon-Spiele sehr gern gespielt. Pokémon, Yu-Gi-Oh, da war ich zu Hause. Da bin ich, glaube ich, zu alt für Pokémon. Bin ich genauso ein paar Jahre zu früh geboren. Es gab auch eins, das hab ich übel durchgesucht. Das hab ich mir dann auch im späteren Verlauf, wo ich dann mein DS verkauft hatte und so weiter. Ich hab mir das dann später mal wieder zusammengekauft. Da gab's ein Spiel, ich kann dir grad nicht sagen, wie das jetzt heißt. Aber da ging's um Kampfroboter. Das hab ich auch übel durchgesuchtet. Rise ... Oh, nee, warte mal. Ja, ach Gott. Und Dragon Quest. Dragon Quest hab ich noch gespielt. Oh, weil ein Dreihaar drin ist, ja. Schnell weiter. Ich hab ... Was sind eure Lieblingsspiele? Schreibt's in die Kommentare. Auch wieder ein wunderschönes Meme. Aber das waren jetzt ja nur die Lieblings hier von ... War das Rise of the Heroes? Handheld. Ach so, es war Handheld, okay. Handheld, ne? Das war Super Nintendo. Wenn ich hier jetzt auf stationäre Konsolen gehe, dann sieht's wieder ein bisschen anders aus. Ja. 271 Spiele auf Steam. Ich hab 310 DLCs auf Steam. Wer sagt denn, wenn irgendjemand sagt, du hast gar nichts, dann kommst du an und sagst, ich hab eine Menge DLCs. Irgendwie beißt sich das so ein wenig, oder? Ja, klingt aber irgendwie falsch. Immer im DLCs, ne? Okay, DLCs sind drauf geschissen. Und ganz ehrlich, auf Steam ... Ich hab auf Steam ... Fast nichts an Spielen, die wirklich großartig remarkable sind. Weil mein Rechner früher nicht gut genug war. Ich mein, bis vor vier Jahren war mein Rechner mit Windows XP am Laufen, ne? Nice. Und hatte keine eigene Grafikkarte, sondern die vom Mainboard, ne? Also ... Schül, schül, schül. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, und deswegen war auf meinem Rechner, auf Steam, wirklich nur irgendwelche Retro-Pixel-Games. Ey, die machen auch Spaß. Die machen auch Spaß, aber halt immer nur so Casual-Games, wo du halt einfach nur mal so, wenn du sagst, ach, ich hab jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit oder so, ich möchte jetzt einfach mal einfach irgendwas Dumme dagegen drum klicken. Solche Spiele waren bei mir da drauf, ne? Okay. Da war nichts Großartiges drauf und auch nichts, was irgendwie mal halbwegs Grafik frisst, weil das mein Rechner nicht gepackt hat. Das heißt, ich hatte dazu 100 Spiele, aber das waren alles so, ja, nicht besonders, nicht ... Keine Triple-Ager-Titel. Nein, definitiv nicht. Habe ich auch heute noch nicht, weil ich der Meinung bin, dass für wirklich Sachen, wo ich sage, da warte ich drauf, dass die rauskommen, wie zum Beispiel auch sowas wie God of War, das würde ich mir jetzt nicht für meinen Rechner holen, weil das mein Rechner nicht packt, da würde ich den lieber mir für die Playstation holen, weil ich mich da von Fernseh setzen kann und sagen kann, geile Grafik. Ja, ist aber auch ein super Spiel, super Game. So, dann ist es weiter. Ich habe in etwa 50 Spiele auf Origins, etwa 23 auf Epic Games und etwa 20 auf ... Epic Games, da nämlich alles mit, was gratis ist. Ist gratis, so weißt du. Ja, da hast du von einem Jahr seit 23 Spiele. Da ist die Plattform, ich vergesse ich mal. Ja, ein Pack mitnehmen. Von Ubisoft, die Software. Ähm ... Wo bin ich jetzt geblieben? Wartet mal. Häng. Außerdem habe ich fünf Spiele auf Blizzard. Ich habe seltene Maus in WoW, die First Drops sind. Junge, ich habe seltene Maus in WoW. Wenn ich damit flexen würde, dann tu mir einen Gefallen. Nimm drei Meter Anlauf und ... Jede dich über irgendeine Krippe auf. Ja, und sind. Leute, ich habe auch in LoL irgendwelche Skins, die es heutzutage nicht mehr gibt, ne? Willst du nicht damit flexen jetzt, oder? Ja, tu ich doch gerade. Gut, 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 gut. Mein nächstes Video erzählen wir mal, was ich alles bei LoL habe. Ah, wenn ihr das siehst, da ist es aber neidisch. Ich bin auf Steam etwa Level 94. Das ist nicht so hoch, wie es sein könnte, aber es ist hoch. Gott, Gott. Ey, ganz ehrlich, es hätte mich nichts weniger interessieren können als ein Steam-Level. Leute, die Steam haben, die wissen, dass dieses Level ja wirklich nur schöner leuchten ist. Ja. Das sagt doch nichts aus. Ich brauche doch ... Das Level ist doch ... Angenommen, du datest jetzt jemanden und beim ersten Date fragst du dann nicht erst mal dein Steam-Level? Doch, natürlich. Und es werden auch sofort die DLCs abgeglichen. Und wenn er weniger DLCs hat als ich, dann muss er das Essen zahlen. Genau, genau, genau. Sehe ich auch so. Das finde ich fair. Das ist ein guter Deal. Ja. Ich habe alle Zelda-Teile auf der Konsole. Ich habe alle Fables. Alle. Außer und außer das, außer das, außer das. Wie oft hat er schon gesagt, nee, das habe ich nicht, nee, das habe ich nicht. Ja, ja. Hat er schon ein paar Mal gesagt. Ich habe alle Zelda-Teile auf der Konsole. Ich habe Zelda Twilight Princess dreimal. Warum denn? Verschiedene Konsolen. Don't ask. Ach, komm, ey. Also, es gibt tatsächlich auch zwei oder drei Spiele, die ich auf dem Rechner und auf der Konsole habe. Aber mehr unabsichtlich eigentlich. Das lag aber daran, dass zum Beispiel bei der Playstation ... Im Playstation gibt es ja jeden Monat immer so zwei, drei Gratisspiele. Und da war dann halt irgendwann mal was dabei, habe ich ja trotzdem runtergeladen. Oder jetzt hier FIFA habe ich mir halt auch für einen PC geholt, weil ich einfach zu oft am PC sitze. Jetzt hier und ... Nee, das lag auch einfach daran, dass meine ... Der Fernseher im Wohnzimmer besetzt ist. Das lag auch teilweise daran, dass meine Playstation 3 eine Zeit lang nicht ging, weil ich nämlich die, nicht die große PS3 habe, sondern die Slim. Und die hat standardmäßig oder serienmäßig ein Problem mit dem Laser und erkennt dann irgendwann die Blu-Rays, also auch die Spiele nicht mehr. Und da musst du den Laser tauschen und rumgeficke. Und ich habe es jetzt mittlerweile so in den Griff gekriegt, dass ich sage, ich kann auf der wieder spielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die anmache und das Spiel reinschiebe, dann liest er die. Dann erkennt er die DVD nicht oder die CD nicht. Ich muss die erste dreiviertel Stunde laufen haben, damit der Laser sich warm gelaufen hat und dann geht's. Und wenn du da dann auch nicht immer Bock drauf hast, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keinen Bock, hier halbe Stunde vorher anzumachen und dann zu warten, dann geht's dann rechnen. Also es gibt zwei, drei Spiele, die ich tatsächlich dahingehend doppelt habe. Man könnte sich natürlich jetzt für 50 Euro eine neue Playstation 3 holen. Jetzt wo die Playstation 5 oder so, Playstation 4 ist auch schon ein paar Tage da, ist die Playstation 3 gar nicht mehr so teuer. Nö, aber warum? Ich meine, sie tut ja ihr Ding so. Und wenn ich immer wirklich sage, ich habe jetzt einen Zockertag, wo ich sage, da rücke ich mich heute für die Playstation und stehe erst in acht Stunden wieder auf, so. Gefühlt. Dann mache ich die halt kurz vorher an und dann passt das schon so. Aber deswegen zwei, drei Sachen und auch Games, wo ich sage, die spiele ich wirklich gerne und die spiele ich auch immer wieder mal durch. Die habe ich halt einfach doppelt, mein Gott. Naja, ist okay. Ich habe es einmal auf der Wii, einmal auf dem Gamecube und einmal auf der Switch. Glückwunsch. Jetzt bin ich wieder verrutscht, Sekunde. Mach ich mich schon wieder aus. Ich habe eine Sanseo-Maschine. Ich habe drei normale Kaffeemaschinen. Also Funfact, ich habe tatsächlich eine Sanseo und ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke auch keinen Kaffee. Ich mag einfach keinen Kaffee. Nö, meine Freundin trinkt halt sehr gerne Kaffee. Ich bin da überhaupt kein Fan von Kaffee. Wenn ich aber höre, ich habe eine Sanseo und drei normale Kaffeemaschinen. Das ist halt, ey, irgendwo ist, weißt du, wenn mir irgendeiner erzählt, ey Bruder, weißt du was, ich habe eine Sanseo. Ja, Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Und ich habe übrigens noch drei Kaffeemaschinen. Okay. Good Job. Ja, genau, good Job. Gibt es einen Schulterklopfen und dann drehe ich ihn und dann schiebe ich ihn weg und gehe in die andere Richtung. Also ich besitze eine Filterkaffeemaschine, weil die damals, als ich hier in die Wohnung eingezogen ist, bei so einem Set mit Wasserkocher und Toaster dabei war. Da haben wir die mitgenommen. Die steht seit hier im Schrank. Die hat nur einmal einen Einsatz gehabt, wo ich sie quasi für eine Veranstaltung ausgeliehen habe, wo die gesagt habe, wir brauchen hier in dem Bauwagen brauchen wir eine Kaffeemaschine. Ich habe gesagt, hier, nimm, komm, bring sie mir irgendwann wieder so. Du bist aber auch nett. Und ich, ja, ich brauche sie ja nicht. Du bist schon Annette. Du bist schon Annette-Mulle, ne? Und die Sanseo habe ich mir tatsächlich extra zugelegt, gebraucht, aber ich habe sie mir extra zugelegt, weil meine Mom sich immer beschwert hat, dass wenn sie hier ist, keinen Kaffee bekommt. Dann soll sie Bier mitbringen. Die ist nur für meine Mom. Einfach sie mir ja Kaffee, kein Bier. Ja, aber das ist halt ihr Problem. Hauptsache, du hast auch Bier. So will ich das regeln. Lieber, warte, das hat das Ausland. Ich habe einen YouTube-Kanal mit 146.000, fast 147.000 Abos. Ja, wenn man die Gekauften abzieht, werden sie ein bisschen weniger. Und die ganzen Abo-Leichen. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dass wenn ein Video hochlädt, ich habe jetzt vorher mal geguckt, weil du mich ja gefragt hast, ob es das Video noch gibt, ne? Ich habe das mal gegoogelt oder halt auf YouTube gesucht, ne? Dieses Drachenlord, was ich alles habe, das ist ja letztes Jahr im August hochgeladen worden und hat ja dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich relativ hohe Wellen geschlagen, ne? Das hat jetzt nach elf Monaten eine Aufrufzahl von 72.000. Das sind die Sachen von Ofenkäse, ne? Die haben das nach zwei Wochen. Ja. Und der 30.000. Und Ofenkäse hat ja doch noch um einiges weniger Aufrufzahlen, ne? Ne, Ofenkäse hat viel mehr Aufrufzahlen als Rainer. Äh, nicht Aufrufzahlen, Abozahlen, meine ich. Abozahlen, ja, hat das um die 30.000. Ich glaube, 30.000, 35.000. Und absolut verdient, der Ehrenmann. Und seine Aufrufzahlen sind halt viel, viel höher als die von Rainer. Und, äh, ja, ich kann ihn da nur nachmachen mit seinem Gesang. Rainer, wie fühlt es sich an, von einem Ofenkäse vorgeführt zu werden? Einfach sehr schön, das habe ich echt gefeiert. Ja, klar. Und ist auch so, privat, äh, was heißt privat, kenne ich ihn jetzt nicht, aber wenn du so mal im Discord mit ihm sprichst, ein super entspannter Mensch. Ja, er ist halt ein neuer Dude. Äh, ich habe etwa, ich habe mehr als 600 Mitglieder. Ah, du kennst ihn nicht persönlich, ne? Doch. Also privat meine ich jetzt. Doch. Ich kenne nämlich Just Nero, weißt du? Das wollte ich nicht mal reden. Achso. Kennt Just Nero. Du kennst auch Just Nero? Ja. Du nicht. Keiner anderer kennt ihn. Nee, nur ich. Nee, ich kenne ihn. Nee, genau. Keiner kennt ihn. ...lieder auf meinem Kanal. Das müsste Rainer jetzt, das müsste man jetzt irgendwie so da reinschneiden. Ich kenne Just Nero. Junge, das würde ich dem einfach so was von zuschicken. Wenn Rainer das hätte so, ich habe, ich kenne Just Nero. Das wäre nicht schön. Ich habe 1,6 Millionen Aufrufe im Monat. Glückwunsch. Die Zeit ist vorbei. Ja, das ist richtig vorbei. Das sind sogar nur die Aufrufe der 28 Tage. Ja, das sind, oh mein Gott. Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Viel zu stark. Ich habe ein super Handy. Junge, war das schon sein Auge, Tell? Das Survival Handy? Mhm. Das war da doch schon, oder? Das war schon. Das hat das schon eine ganze Zeit lang. Das Ding auch immer noch läuft, verstehe ich nicht. Ja gut, weil es ein Survival Handy ist. Aber die Software, die war ja damals schon veraltet. Das Handy, da gab es das schon sportbillig. Die Software war damals schon veraltet. Ich habe so ein uraltes iPad noch. Und da kann ich zum Beispiel kein Netflix mehr drauf abspielen. Das ist einfach zu alt dafür. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel mein altes iPad weitergegeben. Und das ist mittlerweile auch schon fünf Jahre alt. Aber das läuft noch wie am ersten Tag. Nice. Da bin ich positiv überrascht. Vielleicht ist der Aukitel ja auch wie Apple. Vielleicht ist er Aukitel. Und mein Nokia C, wie auch immer es hieß, ne? Das läuft auch noch wie am ersten Tag. Nokia 3310? Ja, 3310, genau. Danke. Ja, schön. So, wir haben gerade ganz kurz Pause gemacht. Jetzt habe ich auch gar nicht vergessen, wo wir waren. Wo waren wir denn? Nokia 3310. Ja, ja, ein sehr schönes Handy. Ja, wunderschön. Warte, alles was man braucht. Snake. Snake 1, genau. Ja, das war ein durchschnitt. Und einen ordentlichen Vibrationsalarm. Gut, lieber weiter. Bevor wir darauf jetzt eingehen, das möchte ich nicht, würde der Hank sagen. Wo wir gerade bei Hank sind, der ist natürlich in der Videobeschreibung. Verlinkt. Genau wie hier geile andere viele Kaspar. Alles Ehrenmänner. Der Inge, der Ranger. Der Uti. Der, wie heißt der andere nochmal, der Typ hier, Annette irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Mulle, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Alle sind sie da. Hört sich immer so tief an von der Stimme. Ja, 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 stimmt. Ich habe ein Tablet. Ich habe Fans. Ich habe Zuschauer. Uh, er hat Fans. Zuschauer. Er hat Zuschauer. Ich möchte kurz sehen, er hat mit über 200.000 Abos in seinem letzten Stream wie viele? 30 Zuschauer oder so? 40? Es waren definitiv um ein Vielfaches weniger als bei den gängigen Restreamern. Genau. Oder auch, wie beim guten Ani gestern, beim Bingo. Nochmal ganz viel Liebe und Ehre. Zu dem ich nicht eingeladen war. Genau. Ja, ja. Ganz viel Liebe und Ehre für alle, die dabei waren. Ja, mit vier Leuten Bingo spielt das immer ein bisschen viel. Also drei Leute ist so das Maximum. Und ich habe Hater. Glückwunsch. Haben wir alle. Ich habe einen X-Hamster-Account. Junge. Junge, wenn ich möchte, habe ich morgen Onlyfans-Account. Ja, das ist einfach so. Wenn man möchte, dann ist es so. Junge. Moment, stopp. Ich muss ganz so. Leute, es wird kein Onlyfans-Account geben, ne? Von dir oder mir? Von mir. Achso, okay. Ich habe einen Heimtrainer. Ich habe so ein Standfahrrad. Das er beides nicht benutzt. Rein ist der einzige Indoor-Sportler, der auch aufs Wetter achtet. Er kann nicht Indoor-Fahrrad fahren, wenn es zu kalt ist. Geht nicht. Wenn wir denn draußen regnen. Geht nicht. Nee. Gut, dass ich gerade Pause gemacht habe und mal hochgegangen bin. Junge, der zieht gerade richtig Sturm auf wie bei uns. Okay. Musst du das Fenster zumachen. Ich habe eine Ha... Ich muss Sachen aus dem Garten holen. Ich habe eine Grille alles im Garten stehen gehabt. Was? Gott. Alle mit drei. Junge, das hat er sich selber aufgeschrieben und kriegt es nicht hin, das zu lesen. Ist schon schlimm, wenn man selber nicht weiß, was man so hat, ne? Wenn man es selber ablesen muss und wenn man es selber nicht erkennt. Leute, das Video stoppt nicht, ne? Das ist... Das läuft. Ist da gerade jemand... Ist da gerade was abgestürzt bei ihm? Haben wir mich vertippt? Oh. Ich will nicht wissen, wo du dich sonst überall vertippt hast. Weißt du, als ob ihm das jetzt auffällt, dass er sagt, oh, da habe ich jetzt einen Tippfehler drin. Der wird das Wort so krumm geschrieben haben, dass er es selbst nicht entziffern kann. Er kann es immer noch nicht entziffern. Das ist das Beste dabei. Ne, das stimmt schon. Ne, das stimmt nicht. Mein Gott, ich will es... Ich weiß nicht, das ist gerade... Rainer löst bei mir eine morbide Faszination aus. Auf der einen Seite würde ich jetzt gerne wissen, was er da geschrieben hat. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es so greißlich geschrieben ist, dass ich es gar nicht lesen muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eher wie ein Autounfall, wo man hingucken will eigentlich, aber man will nicht. So, weißt du? Man muss aber man will nicht. Man weiß, man sollte nicht, aber man tut trotzdem. Ach, übrigens, wo wir auch gerade von geilen Kaspern geredet haben in der Videobeschreibung. Und Autounfällen, was? Was? Wenig zu vergessen, wen ich in letzter Zeit super gerne höre, ist Serial Talk. Kennst du den? Äh, ja. Der ist super. Ich habe eigentlich gerade eher an Schokokäse gedacht, aber... Mh, Schokokäse. Lecker. Also, Serial Talk wird natürlich auch noch hier unten in meiner Liste auftauchen, ne? Also, ey... Ich erinnere mich dran, dass du nicht liest. Dankeschön, dankeschön. Ey, wirklich super. Höre ich super gerne zur Zeit. Und er kriegt es immer noch nicht. Und das Video läuft bereits wieder, ne? Es ist... Ich könnte noch einfach ausblenden, so. Macht ja keinen Unterschied. Wieso bin ich jetzt gerade so weit verrutscht? Warte mal. Jörg, lass mal sowas nicht rein. Es ist... Ich habe einen Keller und einen Dachboden. Wow, ich sitze gerade im Keller. Soll ich jetzt da raus... Anderli, ich sitze im Keller. Und du? Darauf möchte ich nicht eingehen. Danke. 1 zu 0 für Arni. Dazu nur noch zwei Etagen. Ich habe einen großen... Ich habe... Also, wir haben hier drei Etagen, Keller und das Dach. Also, hier in Spanien wird in der Häuser meist Flachdach gebaut. Und dann kannst du aufs Dach nach drauf. So eine Dachterrasse. Oh, schön. Äh, nee, aber das ist doch... Er hat doch ganz am Anfang gesagt, ich habe ein Haus. So. Das wäre jetzt ganz... Wie, wenn ich das anfangen würde und sagen würde, Leute, ich habe einen richtig großen Kleiderschrank, der ist voll mit Klamotten. Und dann später würde ich anfangen mit, ich habe keine Kleider. Genau, dann würdest du anfangen, Klamotten aufzuzählen. Das macht keinen Sinn, ne? Und ich habe jetzt 30 Paar Schuhe. Ja? Ja. Die gute alle Mullenkrankheit, 30 Paar Schuhe. Ich glaube, ich komme auf drei Paar. Vier, wenn es hochkommt. Wenn ich die Arbeitsschuhe mitrechne, fünf. Also, ich habe letzten, was heißt letzten, gestern, ich habe gestern ein Paar Schuhe, die ich mir mal gekauft und nie getragen habe, in die Altkleidersammlung gegeben und habe zwei neue Paar Schuhe gekauft. Okay, okay. Man muss ja auch den Verlust irgendwo verkraften, ne? Da muss man sich ja... Natürlich. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich auch ein Spiel wegschmeiße, kaufe ich auch immer zwei neu. Mach ich, das ist normal. Ich habe eine große Garage mit zwei Stellplätzen und Dachboden. Ich habe eine große Garage mit zwei Stellplätzen für die drei Autos, die wohl nicht fahren. Hm. Schwierig. Ja. Ich habe einen, ich habe einen Massen an Werkzeug. Auch nicht seins. Was er sich noch nicht mal selber gekauft hat. Das ist eben, wenn ich irgendwas habe, dann sage ich, das gehört mir. Das habe ich mir verdient, mir Arbeit, habe ich mir gekauft. Das ist wie, wenn ich, keine Ahnung, in eine neue Mietwohnung ziehen würde. Oder ist... Ich habe eine Wohnung. Die hässliche Wohnzimmereinrichtung vom Vormieter drin. Und ich sage, guck mal, was ich habe. Ich habe eine hässliche Wohnzimmereinrichtung. Aha. Outplayed. Wie er auch immer sagt, ich habe mein Haus ja auch erarbeitet. Da denke ich mir, die einzige Chance, wie er sein Haus erarbeitet hat, ist, dass er Rudi um die Ecke gebracht hat. Wäre die einzige Chance, wenn er das dann geerbt hat. Vergessen wir das lieber. Möchte ich ihm nicht unterstellen. Nein, das möchte ich nicht tun. Ich habe nur gesagt, dass es in meinem Kopf dann rotiert, wenn er so ein herzliches Haus erarbeitet. Das er erarbeitet ist. Genau, genau. Schön, dass du diese Wörter alle kennst. Finde ich schön. Also sogar Sachen, die ich gar nicht benötige. Wie zum Beispiel eine Standbohrmaschine. Wie zum Beispiel ein Rasenmäher. Benötigt er nicht. Nicht. Ich glaube, ich müsste nochmal, wenn ich pause hier mal kurz. Ah. So. Das hat gedauert. Ja. Ich habe jetzt mal kurz in deinem Theater benutzt hier. Und gestippingt holt. Schön. Einfach ein sehr schönes. Ich habe eine Scheune in der Zeile. Sorry. Oh Gott. Also das ist wahrscheinlich eh schon Schriftgröße 50. Ja, natürlich. Bei den Diabetes-Klüsen, das ist schwierig. Ich habe eine Scheune mit drei Etagen. Ohne Dach. Ich habe einen Stall mit zwei. Ja, aber das ist alles unbenutzt. Und vor allem der ganze Stodl. Ganz ehrlich, wenn er da oben drauf gehen würde. Erstmal, der müsste über die alte vermorschte Holzleiter. Das wäre der Lebensgefährlich. Der würde schon dreimal durchbrechen. Ja, ja. Und dann müsste er, weil ganz ehrlich, ich kenne solche Scheunen. Da sind einfach nur die Bretter quer über die Balken gelegt. Genau, das ist eine Etage. Das ist keine Etage. Das ist ein Stodl, ein Heuboden, wo früher einfach nur Heu gelagert worden ist. Wo du selber, wenn du da hoch musstest, um Heu zu holen, aufpassen musstest, dass du vielleicht mal nicht irgendwie zwischen zwei Latten durchtrittst. Ja. Ich habe Angst, wenn ich auf der Counter-Strike-Mate da oben drauf rumlaufe. Da habe ich schon Angst. Ja. Das hat nichts mit einer Etage zu tun. Und er war doch da die letzten 30 Jahre eh nie oben. Niemals. Mit dem Gewicht ist das halt ganz schwierig. Ja. Würde ich mit dem Gewicht auch nicht machen, wenn ich eher wäre. Eine Halle mit drei Abteilen und einem Dachboden. Ich habe eine kleine Garage, die als Lagerraum dient, mit Dachboden. Er meint Mülllagerplatz. Ja, Mülldeponie. Ich habe einen großen Garten und einen großen Hof. Ja, der Hof, der zugemüllt ist, der Garten, der zugewuchert ist. Und nicht zu vergessen, die Traktorhalle ohne Dach. Genau. Das ist so das, was er hat. Traktorhalle mit ohne Dach. Er hätte es da ja so schön haben können. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das Grundstück war schon schön. Das Grünstück ist schön. Und die Garagen, ich meine, die sind ja da. Die sind ja auch gar nicht. Ich meine, Garage, du brauchst, es muss ja keine schöne Garage sein. Solange sie dicht ist und ich zugig umfällt, alles Gucci so. Du musst ein Auto reinstellen können. Und das Haus, da hättest du schon was reinstecken müssen, weil halt Rudi in seinen, der hat da nicht mehr sonderlich viel gemacht. Du hättest neue Fenster reinstecken müssen. Gut, aber ich sag mal, damals. Neue Heizung. Erstmal eine Zentralheizung. Eine Zentralheizung und ein paar Fenster. Und dann wäre das Haus, wenn du das innen drin, ohne Spaß, hättest du da überall Parkettboden reingelegt. Bitte Laminat hätte ja gereicht. Laminatboden, neue Fenster, neue Türen und neue Tapeten dran. Dann hätte das wieder halbwegs ausgesehen. Wenn du durch den ASB durchläufst, die wenigsten Häuser dort, behaupte ich, sind neu gebaut. Das sind alles Häuser, die schon seit mindestens einer Generation im Familienbusiness sind und die halt dann von der nächsten Generation neu, also halt renoviert wurden einfach. Ja, das ist ja das, was du machst. Du hast ja so schöne alte fränkische Häuser, gerade neue Schauerberg ist richtig hübsch. So wie ich? Von den Häusern. Also. Ja. Ja gut, wenn du halt in der nächsten Generation, wenn du das Haus erbst, dann musst du halt kein neues Haus bauen, aber du solltest das alte Haus halt renovieren, du solltest es auf den neuesten Stand bringen. Das macht halt Sinn, um Energie zu sparen und so weiter. Genau. Schau, mein Opa hat ein Haus, ne? Der hat jetzt so in den letzten Jahren. Oh, willst du jetzt hier flexen? Ich hab ein Gameboy hier Zelda Edition, ich hab eine Playstation 3, mein Opa hat ein Haus. Ich hab gestern erst ein paar Schuhe weggeschmissen, die ich noch nie getragen hab. Ich flexe hier. Was ich sagen möchte ist, mein Opa hat halt ein Haus, der hat in den letzten paar Jahren halt da ab und zu mal so nach und nach neue Fenster, eine neue Eingangstür, auch energetisch halt höherer Standard. Das ist auch irgendwann in den 80ern mal aufgedämmt worden und so weiter. Aber wir wissen halt auch, wenn meine Mutter das irgendwann übernimmt, wir müssen halt auf jeden Fall innen drin renovieren. Weil mein Opa wird mit seinen Paaren 80, der wird jetzt nicht anfangen, die Küche rauszureißen und sich eine neue Küche reinzuspaxen. Ja, soll man seine Küche auf die Kette kriegen, der alte Mann? Die Küche funktioniert, die ist halt einfach nur altbacken. Die ist absolut funktionabel, aber die ist halt einfach alt. Ich mag alte Küchen. Ich mag alte Küchen. Da stehe ich total drauf. Wir haben hier so eine ganz, ganz nagelneue Kacke, weißt du? Also hier diese ganze Induktionsmist und so weiter. Das Einzige, was ich mag, ist wirklich diese Insel in der Mitte, weil wir so eine Insel in der Mitte haben in der Küche. Da stehe ich drauf. Ja, genau. Aber was ich normalerweise mag, ist zum Beispiel mit Feuer kochen, also mit Gas oder so. Das finde ich halt... Nee, furchtbar. Oh, finde ich super. Geh mir mal ein Ceranfeld. Nee. Also Induktion und so weiter, nee. Nee, ist irgendwie nicht meins. Stand ja, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich war ja vor kurzem auch im Urlaub in Österreich. Ja, ich hab Urlaub, ja. Ja, ja, Flexmann. Und hab mir da eine Mietwohnung quasi gemietet, dieses Airbnb, ne? Und die hatten auch Induktionskochfeld mit Touch. Nee, ich hab ja da einfach nur zur Ankochfeld mit Knöppeln, ne? Ach so. Und Induktionskochfeld mit Touchbedienung und ich stand da und es hat ums Verrecken nicht funktioniert. Das kann noch nicht sein. Ich bin noch nicht so blöd, das zu bedienen. Da gibt es einen Lockknopf. Nee, nee, nee. Das Schöne war, die Bratpfanne, die in dem Schub drin war, war nicht Induktions geeignet. Ah, schwierig. Du stehst da, du kommst dir vor wie der letzte Fondidiot. Warum ist da eine Pfanne, die nicht für Induktion geeignet ist? Schwierig, schwierig. Ich hab mein Fleisch und Pop mal gebraten. Irgendeiner, also ein ganz gehässiger Mensch, wenn ich sowas vermieten würde, weißt du, würde ich auch Induktionsdiener reinstellen und nur einfach Töpfe und Pfannen, die damit nicht funktionieren. So ein ganz gehässiger Mensch einfach so, weißt du. Das seh ich mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Wirklich? Ich hab's noch in die Bewertung reingeschrieben. Ich hab gesagt, alles wunderbar, alles wunderschön, aber bitte pack deine Pfanne mit Induktionen rein. Ich weiß nicht, was ich noch machen würde, wenn ich das ganze Geschirr da reintun würde, das nicht mit Induktionen funktioniert. Eine Webcam aufbauen und Livestream einfach. Livestream wie Annette, wo du versuchst, sich da ein Ei zu machen oder so. Das würde ich bringen, das wäre schön. So, warte mal. War hier ein Schnitt drin oder war das gerade mein Internet? Warum dient Mittagboden? Ich hab einen großen Garten und einen großen Hof. Ich hab einen Pool. Kein Schnitt. Ich hab... Das war mein Internet, ja. Ich habe einen Pool. Junge, ich hab einen Pool. Der Pool hat doch zu der Zeit gar nicht mehr existiert, oder? Vor allem war's ein scheiß Planschbecken, Junge. Das war ein scheiß Planschbecken, mehr nicht. Diese blauen... Ich hab einen Pool im Garten. Weißt du, der ist eingelassen und so. Der hat wieder flexen. Pool. Irgendwann, der Aniflexer, Junge. Der Aniflexer. Der ist auf Flexe wohl aber gar nicht mehr begeistert, ey. Ziemlich viele Dinge. Juhu. Ich persönlich lege nicht viel Wert darauf. Genau, und deswegen macht er ein Video darüber. Das kannst du nicht ausdenken. Erstmal, deswegen macht er ein Video drüber. Und zweitens, deswegen steht er ja auch immer, wenn irgendwelche Leute bei den Besuchsvideos vom Zaun standen, hat er auch immer gesagt, ich hab hier ein Haus, was hast du, du hast hier gar nichts. Hat er doch damals zu ZDK, glaube ich, so oft gesagt. Ich hab hier irgendwann das Haus und du gehst gleich zurück in deine Einzimmerbude und so weiter. ZDK ist halt ein Malocher, weißt du. Der ist halt... Der kann sich leisten, was er mag, wahrscheinlich. Ja, aber der kann sich halt auch Miete leisten, weil er weiß, was Miete zahlen ist. Das hat er nie gelernt. Stimmt. Der wird sich jetzt richtig umgucken. Wenn er tatsächlich eine Wohnung hat, der wird sich richtig umgucken, was er als Miete zahlen muss. Das sag ich dir. Pünktlich irgendwelche Verpflichtungen, die nicht nur Strom sind mit ein paar Euro, sondern, ne? Vor allem, wenn er irgendwann mal rausbekommt. Also wenn er nach der ersten Miete wahrscheinlich seine erste Abmahnung bekommt, weil er nicht gewusst hat, was Warmmiete und was Kaltmiete ist, weißt du. Nö, wir haben hier vereinbart, 800 Euro. Ja, gut. Herr Punkt W. Da kommen aber leider noch 200 Euro Nebenkosten drauf. Was Nebenkosten, ich habe überhaupt kein Nebengebäude, habe ich früher gehabt, mit drei Etagen und für drei Autos, die wohl nicht fahren. So eine Aktion wäre das dann. Ey, Junge, da würde ich so gerne Mäuschen spielen. Auch wäre das schön. Es ist ja auch, wenn du mal bedenkst, er hat ja in irgendeinem Stream nochmal gesagt, ja, früher, wenn ich hier normal gearbeitet hätte, ich hätte hier nur Mindestlohn bekommen und denke, ja, aber du hättest keine Miete zahlen müssen. Das, was jeder Mensch erstmal aufbringen muss und was bei vielen Leuten teilweise ein Drittel vom Gehalt ausmacht. Ja, wenn nicht mehr. Wenn nicht mehr. Das ist erstmal die scheiß Miete, die hätte er sich komplett gespart. Selbst wenn er Mindestlohn gearbeitet hätte, der hätte fürstlich leben können. Also aber ein Drittel vom Gehalt, überleg mal. Sagen wir, du zahlst 1.000 Euro Warmmiete. Das ist jetzt nicht selten in Städten wie München, Hamburg und so weiter. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Da musst du schon 3.000 Euro netto auf die Kralle kriegen, damit das nur ein Drittel deines Einkommens ist. Also es ist wahrscheinlich weit mehr als Drittel deines Einkommens. Ja, es tendiert ja. Man sagt ja immer, am besten ist ein Drittel vom Einkommen, sollte die Miete sein. Wenn du jetzt hier natürlich München raussuchst, schwierig. Aber da musst du auch... Ich kenne auch Leute, die zahlen weitaus weniger. Das kommt ja auch an, wo du halt, wenn du hinter Dupfingen wohnst, dann zahlst du halt definitiv weniger. Wenn du heute München wohnst, dann zahlst du halt definitiv mehr. Das ist wunderschön da. Echt? Ja. Warst du schon mal? Nee. Wolltest du mal hinpilgen? Ich weiß auch, dass Buxtehude existiert. Ja? War noch nie dort. Ich wusste noch nicht, dass hinter Dupfingen oder was du gerade gesagt hast, hat existiert. Hinter Dupfingen? Ja. Es gibt auch in der Nähe von Neustadt, es gibt auch in der Nähe von Emskirchen, gibt es ein Dorf, das heißt Ehe. Und da gibt es ein Schild, das steht Ehe. Zwei Kilometer. Und Rainer ist immer hingefahren und ist trotzdem als Single zurückgekommen. Genau. Verdammt, Arschlöcher hier. Das ist hier, wie heißt das hier, wenn du so Titel machst, hier, sag doch mal, Clickbait. Das ist hier Clickbait, was die machen. Das wurde mir auch vorgeworfen, mein letztes Video Clickbait. Und ich muss sagen, als ich geschrieben habe, ich habe da geschrieben hier, Drache hat genug, es reicht. Ich habe natürlich Arnie Deggert Reaction dahinter geschrieben, aber trotzdem dachten Leute, ich wäre wahrscheinlich auf Reinas Seite da, dass er genug hat und es reicht. Ich habe mir da ganz ehrlich, mir haben das drei, vier Leute in die Kommentare geschrieben, hey, das ist Clickbait. Oder das könnte Clickbait sein. Mir ist das wirklich nicht aufgefallen, Leute. Also das Video von ihm, das ich da reaktet habe, hieß halt, es reicht. Und da habe ich einfach dann geschrieben, Drache hat genug, weil das, weil wenn ich einfach nur sage, Drache, es reicht, wäre es ja auch blöd gewesen, ne? Ah ne, ich finde, es reicht. Ah, das reicht, das reicht. Also mir ist das, als ich es dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey Junge, das könnte wirklich, das könnte wirklich als Clickbait gemeint worden sein, wenn ich das als Außenstehender sehe. Aber habe ich einfach nicht gemerkt. Leute, ihr wisst aber auch, ich bin ein wenig dumm manchmal. Verzeiht mir das bitte. Ihr wisst, bei mir ist das nie Absicht. Wenn ich mal was mache, was mehr Zuschauer und mehr Klicks bringt, ist das nicht absichtlich. Außer Annette hier reinzuholen, die holt ja auch immer viele Klicks rein. Das ist Kalkül, Kalkül ist das. Kalkül, absolut kalt durchkalkuliert. Ja, weil ich kalt und kühl bin. Ich kann euch sagen, Leute, ich kann euch sagen, Leute, alle Rechnungen, die ich bis jetzt schon geschrieben habe, wurden noch nicht bezahlt. Was? Eine Unverfrorenheit. Die erste Zahlungserklärung ist schon raus, Herr Degger. Herr Degger. Weil kommt die erste Malung. Herr Pumpf. Schön, schön, schön. Ah, nice. Spreche ich doch nicht groß an. Nö, 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 nö. Schreit er immer raus, wenn er nach draußen geht. Ich hab hier raus. Runter von meinem Grundstück. Spreche ich nicht groß an. Nö. Hast du sehr schön gestoppt. Danke, danke. Ich überlege gerade wieder, die Annette-Ablage zu benutzen, aber, äh, ach nee, komm. Ich will es doch nicht übertreiben. Oh, ist das das Bitnot-Shirt, was er anhat? Ja, ne? Ja, 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 ja. Ah, das fällt mir gerade erst auf. Junge, wie einfach, ich hab leider... Wie auch der Gaming-Stuhl damals noch gelebt hat. Wie viel Schanze da noch, wie viel Gaming-Stuhl da noch war. Wie viel Gaming-Stuhl damals noch hatte. Junge, wenn du das aber auch sehen würdest, ne, hier, äh, ich kann es jetzt leider nicht komplett einwenden, weil ich dann Annette und mich ausmachen müsste. Dann müsste ich jetzt wieder das ganze OBS umbauen. Und ihr wisst, ich bin da wegen dumm, äh, wie voll gesifft dieses Shirt ist hier. Wahnsinn. Junge, das würde ich, ey, ich würde das nicht mal tragen, wenn ich zur Arbeit gehen würde. Wenn ich irgendwo auf dem Bau arbeiten würde. Würde ich das nicht tragen. Da hätte ich, da, da wüsste ich, dass die Leute mich fragen würden, sag mal, wäschst du deine Klamotten nicht, wenn du zu Hause bist? Und wenn ich mich dann im Internet präsentieren würde. Ne. Ne, du. Ist eine Sache, sich mal nicht zu rasieren. Oder irgendwas. Wir wissen, dass er sich auch schon mal für seine Videos fertig gemacht hat. Das habe ich letztes Mal auch positiv erwähnt. Das war dieses, es reicht Video. Ähm. Es war natürlich schief rasiert, alles klar. Aber, äh, er hat es getan. Und hier setzt er sich einfach nur noch dahin. Und es ist ihm komplett egal, wie er rüberkommt. Ja, gut, das Ding ist halt, ähm, ich rasiere mich immer nicht extra für die Videos. Warum nicht? Weil ich habe jetzt nicht so den krassen Bartwuchs. Ach, so einer bist du. Ohne Bartwuchs. Ähm. So wollen stehe ich ja gar nicht. Ich habe tatsächlich, also jetzt nicht so voll geranzte T-Shirts, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mir die Haare gefärbt habe, ne. Äh, du kriegst mal irgendwie Haarfarbe aufs Shirt oder so. Das heißt, ich habe ein paar färbe T-Shirts. Leute, Annette färbt sich die Haare. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Ich habe halt ein paar färbe T-Shirts dann logischerweise, die halt, wo halt mal, ne, ein bisschen Zeug drauf getroffen ist. Ja, aber die, die trage ich halt wirklich nur daheim. Und wenn die dann so versifft sind oder so, dass die halt echt nicht mehr gehen, dann schneide ich die es aneinander und benutze ich als Putzlappen. Ja, wie können die denn so versifft sein, dass die nicht mehr gehen? Du benutzt sie eh nur zum Färben. Würde ich immer wieder benutzen. Ja, aber wenn ich halt, wenn ich halt, wenn ich halt, wenn ich halt, ist auch egal. Ja, ja, aber irgendwann, sagt man auch, keine Ahnung, da ist auch mal ein Loch drin, weil kann doch mal sein, dass die Katzen sich reinhängen oder so, ne. Und dann schneide ich es halt wirklich komplett auseinander und benutze es dann beim Autoputzen für die Felgen zum Saubermachen, so. Ich habe hier gerade ein Schirm, das ist einfach komplett voller Löcher. Weißt du, ich darf das nur tragen, wenn meine Mulle nicht zu Hause ist. Dann darf ich dieses T-Shirt anziehen. Wenn die nach Hause kommt und ich habe das Shirt noch an, die Junge dann dreht aber die Augen, kannst du wissen. Das ist so richtig so abwertend, so. Ich sage es dir auch, meine Mama hat es teilweise schon versucht. Ich besitze eine Sweatshirt-Jacke, die hat im Ärmel ein Loch. Diese Sweatshirt-Jacke war nicht meine, die habe ich von meinem Ex-Freund bekommen und nur deswegen hebe ich sie auch noch auf. Die ist mir viel zu groß, die trage ich auch immer nur zu Hause, wenn dann, wenn halt mein Winter kalt ist, so. Das ist dann auch viel Liebe für deinen Ex-Freund, sozusagen. Nee, ist halt einfach ein Andenken. Hallo, Herr Ex-Freund, wenn Sie das hier hören, melden Sie sich bitte bei Annette Mulle. Ist halt einfach ein Andenken und die möchte ich halt nicht wegschmeißen, so, weißt du? Die ist ja geflexiert, so. Ich habe einen Ex-Freund. Meine Mom hat schon versucht, sie wegzuschmeißen. Das, äh... Fand sie nicht gut, sagst du? Nee, fand ich nicht gut. Okay. Ich sage, die bleibt. Ja, aber die hat ein Loch und die ist schon so ausgewaschen. Sie sagt, die bleibt. Die bleibt. Dann sagst du einfach als Argument so, ja und, du hast auch ein Loch. Und ich auch. Und trotzdem bin ich hier. So, weißt du? So, auf die Nummer muss ich kommen. Wir haben, ich habe gestern mit Roxo, habe ich mich ja über, über Piercings und Ohrringe und so weiter unterhalten. Ja, der ist ja voll mit Löcher. Ja. Ja, ja, hat er auch gesagt, naja, es ist immer schwierig, wenn du Löcher nicht benutzt, dann wachsen die halt auch zu, ne? Ja, auf das Thema gehen wir jetzt lieber einfach, äh... Nicht ein. Lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das. Lassen wir das. Roxo hat sowieso so ein Internet-Kasper. Ja, auf den werde ich immer reacten, glaube ich. Ja. Ich sehe diese Dinge für mich als normal an. Wenn ich diese Dinge hätte, wären die für mich nicht normal. Ich würde sie versuchen, loszuwerden, und zwar so schnell, wie es geht. Oder halt komplett, äh, zu reparieren, umzubauen. Schwierig. Das ist einfach so als normal. Guck dir dieses Gesicht an, Junge. Allein dieses Gesicht rotzt die Arroganz entgegen, oder? Ja. Und, das sind Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Ja, weil sie jemand anders hatte, der sie dir dann geschenkt hat. Weil sie nicht erarbeitet wurden. Ruhig, Arnie. Ja, deswegen nimmt er sie auch nicht als besonders. Deswegen nimmt er sie eben nicht als besonders. Und genau deswegen lässt er das auch alles verrotten. Weil er es nicht als besonders, weil er es nicht als, äh, ja, nicht als besonders ansieht. Weißt du, wenn man sich irgendwas erarbeitet hat, dann weiß man das nachher zu schätzen. So, und wenn man es einfach nur so bekommt, dann ist es einem halt egal. Zu mir zu sagen, du hast nichts, ja, pass auf. Jeder Mensch hat jederzeit immer irgendwas. Und wenn es nur sein Selbstbewusstsein ist, oder sein, keine Ahnung. Seine Arroganz. Jeder Mensch hat für gewöhnlich Klamotten. Selbst Obdachlose haben Klamotten. Jeder Mensch hat für gewöhnlich irgendwas. Zu sagen, dass jemand nichts hat. Warum hat er nicht erwähnt, dass er Klamotten hat? Ach nee, da hat er ein eigenes Video draus gemacht. Ich habe 21 T-Shirt da. Und ich habe mir zehn neue Hosen bestellt. Fünf mit rotem Bund, fünf mit schwarzem Bund. In 8XL. Schönes Ding, ja. Völlig dämlich. Vor allem ist es dämlich, zu jemandem zu sagen, dass er nichts hat, wenn er vermutlich mehr hat als man selbst. Das schlägt mich nicht falsch. Aber das ist doch deine Philosophie-Frage. Wenn ich sage, Bruder, du hast nichts, du kannst nichts. Dann kannst du sagen, doch, ich kann was. Ich kann atmen, ich kann denken. Ich kann essen. Das ist aber nicht, was damit gemeint ist. Na eben. Das ist halt das, was er nicht versteht. Das ist halt einfach Sachen scheißwörtlich nehmen. Guck mal hier, guck mal hier. Ich hau mir hier schön die Käse-Magaroni rein. Ich kann die essen. Anni, du bist schön, aber dafür kannst du einfach nichts. Das ist nicht essen. Das ist schlucken. Ja, dann kann ich schlucken. Guck mal hier. Was kann ich? Ich bin schön. Das habe ich gehört. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Danke. Ich bin schön gehört. Weiter. Ich habe viele unter meinen Zuschauern und vor allem unter meinen Hatern und auch unter meinen Fans natürlich. Oh, ich habe mehr als meine Fans. Oh, schwierig. Mehr haben. Die ihm seine Sachen bezahlen. Das sollte man dabei nicht vergessen. Das ist so auf einem Level mit diesem Geringverdienertalk, weißt du, von diesem Ron-Typen da. Junge, das ist genau auf einem Level. Ich habe mehr als meine Fans. Junge, schwierig. Ganz ehrlich, es ist halt auch immer super schwierig, finde ich. Natürlich gab es auch bei mir, wo ich damals meinen Schulabschluss und so weiter gemacht habe, wo auch immer die Eltern dahinter geklemmt waren, zu sagen, hier, ja, schau, dass du einen guten Abschluss bekommst, du willst ja nicht beim Aldi an der Kasse enden. Natürlich kamen diese Sprüche so. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn beim Aldi niemand arbeitet, dann kann ich auch beim Aldi nicht einkaufen. Dann habe ich auch ein Problem. Und deswegen gehe ich nicht im Aldi einkaufen. Jeder ist in seiner Funktion irgendwie für die Gesellschaft wichtig. Jeder erfüllt irgendeinen Zweck. Korrekt. Ich habe da auch mit Sven witzigerweise mal eine ganz witzige Diskussion gehabt, der gesagt hat, ja, alle im Büro sind ja auch irgendwo entbehrlich, ne? Ja und nein. Schlimm. Also, ja, okay, ich verbrichte halt keine Arbeit wie ein Handwerker, aber weißt du, wenn halt ich nicht im Büro sitze, dann werden halt, keine Ahnung, keine Löhne bezahlt oder so. Dann werden keine Rechnungen geschrieben, sondern, ja, alles klar. Dann werden keine Rechnungen geschrieben, dann werden keine Löhne bezahlt und dann bist du halt auch irgendwie am Arsch, weil du möchtest, dass dein Geld auf dem Konto landet. Einen für die Löhne kannst du ja dalassen, aber den für die Rechnung, den kannst du wegnehmen. Ja, aber ohne Rechnung keine Löhne, so, weißt du? Doch, 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 doch. Mein Lohn kommt auch ohne Rechnung. Es greift halt irgendwie alles ineinander und du brauchst halt jeden immer irgendwo und ich brauche auch den beim Aldi an der Kasse, weil ohne den kriege ich halt meine scheiß Nudeln nicht. Diesen Begriff systemrelevante Berufe finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Es ist jeder Beruf systemrelevant, sonst würde es ihn ja nicht geben. Ja, es geht ja aber um die kritische Infrastruktur. Junge, heutzutage ist alles kritisch. Ja, natürlich, natürlich. Im Großen und Ganzen schon, du brauchst jeden irgendwann und du brauchst auch irgendwann den, der beim Freizeitpark an der Kasse sitzt. Ja. Sonst wäre ich letztendlich in den Freizeitpark gekommen, obwohl er hätte ich nicht bezahlen müssen. Raus mit denen. Scheiße. Scheiße, raus mit denen. Raus mit denen. Raus. Als ich. Nee, aber, ne? Aber zu mir zu sagen, dass ich nichts habe, ich könnte jetzt das Ganze, könnte ich noch stundenlang weitermachen. Ja, tut dir keinen Zwang an. Und trotzdem. Du hast jetzt schon die alten Kaffeemaschinen, Autodivo nicht fahren und den alten Super Nintendo erwähnt. Was soll denn noch kommen? Ich hab Flöhe. Ich hab Mäuse. Weißt du, was mich dann interessieren würde? Hm? Was er damals, als er aus der Schanze ausgezogen ist, alles mitgenommen hat. Ja. Was hat er als wichtiger Art mitzunehmen? Also jetzt mal von dem ganzen Technik-Kram abgesehen, ne? Was hat er mitgenommen? Waren da auch Andenken seiner Familie dabei? Nee. Waren da... Das Kreuz lag in der... Das Kreuz lag im... Ja, okay. Das Kreuz ist ja aber unhandlich wie Scheiße, ne? Ey, egal. Sowas schmeißt du nicht weg. Junge, du schmeißt einfach nicht das Grabkreuz, das schmeißt du nicht in Müll. Unhandlich oder nicht, das schmeißt du nicht weg. Sorry, Alter, aber... Nee. Das schmeißt man nicht weg. Und da ist halt... Also wenn irgendwelche Sachen von der Familie irgendwas erinnern oder so, dann gehört das auch dazu. Und ich glaube Fotos und so weiter von der Familie wird er weggeschmissen haben. Es gab ja viel, viel Schriftverkehr, der da in der Mulde mit lag. Die wilde Lisa lag da mit in der Mulde. Ja. Ja. Ja, vor allem der Schriftverkehr. Mit dem Kreuz. Überleg dir mal, was der ja alleine an Mahnungen bekommen haben muss und Zahlungserinnerungen über die Jahre. Weißt du, was da an Papierkram zusammenkommt? Ich habe ja so alleine, wenn ich jetzt nur meine normalen Stani-Briefe kriege mit, die Versicherungsbedingungen von irgendeiner Versicherung ändern sich oder den ganz normalen Stani-Kram halt. Deine Nebenkostenabrechnung und die Stromabrechnung vom Jahresende und Gedöns. Da habe ich alleine am Jahresende, ich schmeiße das immer alles in einen Ablagekorb und am Jahresende wird es dann einsortiert in die Ordner. Das ist ja da schon Ablagekopf. Jetzt überleg dir mal, wenn du permanent Mahnungen bekommst, Zahlungserinnerungen bekommst, dann hast du noch die ganzen Gerichtsschreiben. Und es kommt ja jeden Tag, was bei ihm von außen. Er hat da einen Unbarnagen zusammenkommt. Dann hat er ja noch den Kaufvertrag von der Schanze und, ne? Ja, da wird eine Menge zusammenkommt. Das kommt ja alles zusammen. Ja, klar. Gerade die Zahlungserinnerungen. Du kriegst deinen Vorabentwurf geschickt, dann kriegst du die beglaubigte Version davon geschickt. Dann hast du ja noch die ganzen Schreiben zwischendrin. Ey, das sind Unterlagen, Unterlagen. Ja. Es ist jedes Mal dasselbe. Du hast nichts, ist völliger Bullshit. Und allein die Aussage, sich immer hinzustellen und mich auszulachen, diese ganzen Rechtfertigungen. Ihr wollt mir die ganze Zeit erzählen, was ich alles bin, wie dreckig ich bin, wie scheiße ich bin, wie kacke ich bin. Das hast du doch gerade selber erzählt. Ja, aber ich merke davon nur, dass ihr am Rummeckern seid. Mich würde auch nochmal zu dem Unterlagen zurückkommen. Oh, ich möchte jetzt mal kurz, wir sind bei einer Premiere, Annette hat gerade mal selber auf Pause gedrückt und hat dann erst gesprochen. Normalerweise spricht sie einfach los und wartet, bis ich auf Pause drücke. Ich bin durch Uti ein bisschen verwöhnt, weil der ja immer hier die Controlling macht. Die Assistenz so von Annette, darf man auf Pause drücken? Nee, um da auch nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, zu dem Unterlagengescheiße. Ich zum Beispiel, oder was heißt ich, jeder von uns hat ja eine Geburtsurkunde. Oh, ich flexere mit Geburtsurkunde. Komisch, Rainer hat gar nicht gesagt, dass er eine hat. Hat er vielleicht gar nicht. Ja. Crazy. Die ist, ich weiß, wo meine liegt. Meine liegt im Stammbuch. Meine geht unten. Das liegt bei meinen Eltern. Weiß der überhaupt, wo seine Geburtsurkunde ist? Hat er überhaupt noch eine Geburtsurkunde? Ist die auch schon gone? Wenn er keine Geburtsurkunde hat, ist er dann überhaupt noch am Leben? Das ist die viel wichtige Frage. Das ist jetzt die Frage. Ja, erst solange man dem ein bisschen Sterbeurkunde gibt, aber wenn du keine Sterbeurkunde hast, bist du dann noch am Leben oder bist du dann tot? Bist du dann untot? Ist er ein Zombie? Fragen über Fragen. Wir sind etwas ganz Großes auf der Spur. Wir bleiben dran, Leute. Wir bleiben dran. Da wird dran geblieben, Annette. Das finden wir raus. Wir machen einen Aktik-Susslauen auf. Ja, das machen wir. Und am Rumpen muss dann. Ihr wollt immer, dass ich mein eigenes Leben reflektiere. Naja, und was ist, wenn man euer Leben reflektieren würde? Euer Verhalten vor allem? Man muss zugeben, dass selbst wenn man sein Leben reflektiert, da gibt es immer Sachen, wo man sagt, hey, das hätte ich besser machen können. Das habe ich in deinem letzten Video, ne, habe ich natürlich auch angehört. Da hast du das ja auch schon mal gesagt. Man hat halt Sachen, wo man sagen könnte, ey, die hätte ich gerne nicht gemacht. Oder man bittet halt danach um Verzeihung, weißt du? Man hat aber immer, wenn man sein Leben reflektiert, das tut man ja oft, wenn es einem schlecht geht. Das sollte man machen, wenn es einem gut geht. Sollte man mal sein Leben reflektieren. Und dann auch mal sehen, was man alles richtig gemacht hat. Ich finde es schwierig, sein Leben immer nur zu reflektieren, wenn es einem dreckig geht. Und das habe ich alles schlecht gemacht und so weiter. Man muss sich auch mal selber belohnen, weißt du? Und wenn es einem richtig gut geht, ey, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Das ist richtig geil gelaufen für mich eigentlich. Natürlich habe ich ein bisschen Kacke gehabt dazu, aber eigentlich bin ich ganz gut durchgekommen. Ja, ein schöner Denkansatz. Ne? Ich finde, man kann Glück auch. Man kann Glück halt zu schlecht speichern. Und deswegen sollte man sich öfter mal daran erinnern. Ich bin vorhin zum Laden gefahren und hatte drei rote Ampeln. Ich weiß aber nicht, wie viele grüne. Aber du weißt, es waren drei rote. Ich weiß, es waren drei rote. Ich weiß auch, dass ich heute an einer vollen Kasse stand. Und ich weiß, dass mir das letzte Woche passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob ich zwischendurch oder so, oder ob ich vor zwei Wochen oder drei Wochen mal einfach durchgehen konnte, direkt zur Kassiererin vom Aldi, die es ja auch geben muss. Man speichert immer die schlechten Gedanken. Ich weiß, das ist jetzt mega off-topic, aber ich war letztens an der Kasse gestanden. Weißt du, auch beim Aldi war das. Super lange Schlange an der einen Kasse und die andere Kasse, die war gerade belegt. Also da war eigentlich nichts los, aber da hat einer mit der Kassiererin rumdiskutiert und ich habe das dann mitbekommen. Der hat seinen Pfandbon einmal vergessen abzugeben und kam Wochen später damit. Und die nummerieren die halt irgendwann dann wieder neu durch. Und die sagt dann, ja, tut mir leid, der erkennt das nicht mehr. Ja, da steht ja Betrag drauf. Soll man das Ding auch sagen? Ja, aber das Ding ist halt, die scannen es ja normalerweise und dann wird es halt abgezogen und dann geht halt die Kasse auf. Das Problem ist, nur der Scanner hat halt die Nummer nicht mehr erkannt, weil die halt schon wieder neu vergeben worden ist. Ja, aber da kann man doch auch so ein Tippen und so. Also wie geht das ständig so? Ohne Spaß. Ich habe letztens, jetzt wo du das sagst. Ich wollte meine Geschichte zu Ende erzählen. Ja, okay, erzähl sie zuerst. Sorry. Und auf jeden Fall ging es da irgendwie um 1,23 Euro oder so, ne? Und dann hat der Typ, dann hat der Kunde sich da aufgeregt, ja, und er will deswegen jetzt keine Anzeige starten, wo ich mir dachte, Bruder, es sind 1,23 Euro. Geh! Kann man schon mal das Squad für rufen? Geh, wirklich. Weißt du, ich habe schon mehr Geld auf der Straße verloren, so. Da würde ich aber doch cool spielen. Da würde ich 1,50 Euro nehmen und würde sagen, ich kaufe dir das Ding ab, wenn du gehst. Da hättest du auf cool machen müssen. Im Moment hast du verpasst einfach jetzt. Im Moment habe ich verpasst. Jetzt sagst du. Ich bin einer, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vergesse ständig meinen Pfandbon. Ständig vergesse ich den in Portemonnaie. Ich tue den schon nicht mal mehr ins Portemonnaie. Ich stecke mir mittlerweile in die Tasche, also so ans, du klappst ja das Portemonnaie zu, weißt du. Und wenn du das dann aufmachst, um das Geld zu nehmen, da stecke ich dann in diese Falte, stecke ich den Pfandbon rein. Und meistens rutscht er dann in der Tasche trotzdem raus und ich kann es trotzdem wieder vergessen. Jedes Mal vergesse ich meine scheiß Pfandbon. Deswegen kann ich den Mann gut verstehen. Ja, aber weißt du, dann schreibst du einfach ab. Da sagst du einfach, okay, ist Gucci so, weißt du. Niemals. Und dann hat er dir die Filialleitung angerufen und die Filialleitung gesagt, ja, ausnahmsweise machen wir das. Dann hat er sich aufgefühlt, wie ausnahmsweise laut Gesetz steht er mir drei Jahre lang zu und ich dachte mir, er hat mir einfach nur Jung gemacht. Wenn das stimmt, weiß ich nicht. Ah, ja, aber du machst dann deswegen keinen Aufstand so. Also wenn ihm das drei Jahre zusteht, dann, finde ich, sollte man es ihm auch auszahlen. Ja, aber wie gesagt, du machst deswegen keinen Aufstand. Du machst dich wegen ein Euro schießen, mich tut nicht lächerlich. Du machst keine Karen. Ach, ich sehe mich total in Karen irgendwie. Machen wir lieber weiter. Ich habe übrigens einen Pfandbonk. Ich möchte damit flexen. Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie viel hat der draufstehen? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ich habe so viele wieder. Du hast ihn schon wieder vergessen abzugeben. Nein, hier in Spanien gibt es keinen Pfand. Und ich habe noch einen Pfandbonk. Ja, ist ja gut, den kannst du schon mal nicht vergessen. Ich habe noch einen Pfandbonk aus Deutschland. Da habe ich gestern erst wieder gefunden. Egal, egal. Ich glaube nicht, dass ihr damit sonderlich weit kommen würdet. Nee. Euer Verhalten ist das absolut letzte. Und vor allem, wenn ihr die ganze Zeit immer behauptet, du hast nichts, du bist voll scheiße. Oh, die Haterstimme. Können wir abkreuzen. Ihr seid in meiner. Erinnert mich immer an Hater. Hier, Lord of the Wheat. Ist übrigens auch, ihr wisst ihr, dass ich, ich habe ja die Jackie eingelesen und auch in meinen Lesungen. Ich versuche meine Stimme immer ein bisschen anzupassen. Sobald Ani mir was schickt und ich, sobald Ani mir irgendeine Nachricht schickt, lese ich die genau so vor. Ich habe es auch genau so geschrieben. Nur kleine Quirulanten, die die Schnauze aufreißen. Uh, das Wort Quirulant. Ja, dann provozieren wir mit Sicherheit jetzt wieder. Er würde bei Scrabble aber 10 Punkte kriegen. Ich glaube nicht, dass er weiß, er wollte, er dachte, er ist Penner oder so. Gehe ich von außen. Nur weil Leute sich natürlich provoziert fühlen, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Weil Leute sich provozieren fühlen, wenn du sie Quirulanten nennst. Das ist schwierig so, weißt du. Und das dann falsch schreibst und trotzdem bei Scrabble 10 Punkte einforderst. Junge, das bringe ich einfach, ne. Ich schreibe Sachen bei Scrabble falsch und beschwere mich dann. So einer bin ich. Genau so einer bin ich, Junge. Da sehe ich mich total drin. Es ist Fakt, dass ich all diese Dinge habe. Es ist Fakt, dass ich es hatte. Oh, wir müssen irgendwann mal ein Drachengame spielen. Es war einmal. Wo du nur Sachen legen darfst, die Fakt ist. Oh, das sehe ich nicht. Oder Situation. Aber auch so falsch geschrieben. Ja, ja, klar. Es muss Drachensprech sein. Aber Christus dann vom Spiel her. Ja, gut, das müsste man Brettspiel-mäßig machen. Online geht das nicht. Tabletop-Simulator. Tabletop-Simulator. Ah, richtig, hast du recht. Da gibt's Scrabble. Dann kannst du es halt Drachengame-mäßig machen. Das finde ich schön. Das sehe ich nicht. Leute, das ist unsere Patent ist angemeldet, ne. Ja, ihr habt das zuerst gehört. Oh, don't shoot her. Hier habt ihr es zuerst gehört. Anwendung mir. So, wenn jetzt hier irgendeiner rankommt, wie diese ganzen anderen Masken hier. Dieser Uti von Ofenreicher, wie die alle heißen da, ja. Ja, genau. Wenn die jetzt mit einem Brachenscrabble ankommen, ja, dann ist es aber hier, ne. Dann sagt ihr jetzt aber Bescheid. Dann ist es aber Alarm. Und ihr müsst euch, ihr müsst euch dann vorstellen, jetzt wenn wir hier das Video zu Ende haben, ne, dann wird Arnie sagen, ich bin aber weg, mich aus dem Call rausschmeiße und sofort Chasnero anrufe und sage, wir machen das Scrabble. So einer ist er nämlich. Die schaut. Chasnero, wenn du das hier hörst. Call me. Hier hast du es zuerst gehört. Viel mehr habe, als das, was ich sage. Ich halte mich für arrogant, weil ich sage, was ich denke, weil ich sage, wie ich bin. Weißt du, du darfst halt nicht immer alles sagen. Das ist das Problem. Du hast natürlich eine gewisse Redefreiheit, aber du darfst nicht immer alles sagen. Das geht nicht. Du musst ja trotzdem, es gilt ja trotzdem der Grundsatz, habe ich auch in meinem Video von gestern gesagt, schnack, schnack, wie du in den Wald hineinschreist. So kommt es auch wieder hinaus. So kommt es auch wieder raus. Ist so. Ich fand das ein sehr schönes Video, muss ich sagen. Ich habe mir das gerne gemacht. Dankeschön. Ich bin also arrogant, weil ich eine starke, weil ich ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe. So, er hat jetzt gesagt, ihr denkt vielleicht, dass es das ist, dass es das ist, dass es das ist. Jetzt, so, ab jetzt ist das in seinem Kopf Fakt. Ihr denkt also, ich bin arrogant, weil ich sage, was ich denke. Er hat das einfach vorher zusammengesponnen und seitdem ist es für ihn schon wieder Fakt. So, jetzt ist Fakt ist, ihr sagt, ich bin arrogant, weil ich sage, was ich denke. Das kommt einfach so. Er hat einfach Theorien in seinem Kopf durchgewirbelt und am Ende ist das Fakt. Das ist für ihn, dann ist es genau so. So, und dann kann er das begründen, weil es ist genauso passiert für ihn. Ja, ich verstehe gerade nicht, warum du dich da so aufregst. Das ist auch hinlänglich bekannt. Ich fände das ein wenig schwierig. Ein wenig, sagst du? Weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, woher ich komme, weil ich weiß, was ich... Oh, ich habe Spanisch gekriegt. Junge, wenn du hier einfach siehst, wie viele... Junge, dass einfach das Gebiss irgendwann Metal-Off sagen wird, ne? Er hätte mal jede Zahnlücke aufzählen sollen, jedes Loch im Zahn. Junge, da wäre er für den nächsten Monat Beschäftiger gewesen. Das ist... Junge, du könntest halt einem Zahnarzt einen Sprachkurs anbieten. Hier dieses C, rechts, oben, B, links erkrankt und so weiter. Weißt du denn, was wir da sagen? Bei mir sind immer mal alle Zähne OB. Ohne Befund. Ach, OB hast du ohne Befund? Ja. Ich dachte, OB ist dieses eine. Nein, ist es gar nicht. Nee. Ich habe zwei, zweimal musst du bei mir gebohrt werden schon. Ah. Ich bin aber auch doppelt so alt wie du, also... Erstens das, und ich habe letztes Jahr meine Weißheitszene rausbekommen. Oh, die waren also nicht ohne Befund? Uh, nee, die waren nicht ohne Befund. Haben sie sich einfach so dazwischen gedrängelt, oder was? Die haben sich... Ganz ehrlich, ich habe schon... Ich gebobber. Ich habe mir in meinem Leben noch nichts gebrochen gehabt, deswegen kann ich dafür nicht sprechen. Aber ich hatte schon das ein oder andere Wehwehchen, aber nichts war bisher so schlimm wie Zahnschmerzen. Mhm. Weil es halt keine Optionen gibt, du musst ja essen irgendwann, und es war furchtbar. Ich hatte damals, mir wurde ein Zahn gezogen, und da hat sich der bei mir, das kannst du mal nachlesen, der Trigemiusnerv entzündet. Ah, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Das ist ein Nerv, der geht durchs ganze Gesicht und geht direkt ins Hirn. Und so Schmerzmittel, die blockieren ja halt diese, wie heißt das, Synapsen, oder wie heißt das hier, diese... Neurotransmitter oder Neurotransmitter? Ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also da, wo halt so dieser von einem Nerv ins andere irgendwie springt, so der Schmerz, bis es dann am Ende am Gehirn anlangt. Dieser Nerv geht aber direkt ins Gehirn, du kannst dagegen nichts nehmen, Junge, gar nichts. Und es war dann halt wirklich kurz eine Option, den Nerv vom Hirn zu trennen. Ja, ich hab dann Mittel gegen Epilepsie bekommen, damit sich diese Nerven wieder beruhigen. Und das hat zum Glück funktioniert. Aber ich hab immer noch Angst davor, wirklich. Wenn dieser Schmerz mal wiederkommt, ich hab meinen Kopf wirklich vor die Wand gehauen, damit ich anderen Schmerz empfinde. Ganz, ganz heftig, also wirklich brutal. Es ist wie Migräne im Gesicht, so, weißt du, das ist ganz, ganz, ganz übel. Ja, das war auch, wo, wo damals, wo er sich dann das Röntgenbild angeguckt hat für die Weisheitsszene, hat er auch gesagt, ja, also die oberen, die nehmen wir auch gleich mit raus, die liegen noch ein bisschen tief drin, da muss ich mal gucken, dass ich die nicht aus Versehen in die Kiefernühle reinstupse. Ja, bitte sag mir das nicht, bitte mach das einfach. Da kann sowas halt schnell passieren, da liegen diese Nerven, weißt du, ah, nee. Ja, aber weißt du, erzähl mir das nicht. Mach, halt die Fresse. Mach einfach. Ja, aber wenn ich nämlich in die Kieferhülle reinstupse, das könnte relativ schnell passieren, dann müsste man da noch aufmachen. Nee, ich will das gar nicht wissen. Hm, ach, schwierig, schwierig. Erzähl mir das einfach nicht. Warum sagt man sowas? Wollen sich absichern, wenn es nachher schief läuft, ich hab's euch doch vorher gesagt. Schwierig, schwierig, schwierig. Das war wirklich furchtbar. ...sich erlebt habe. Keiner von euch, und wenn er noch so ähnliche Geschichten durchgemacht hat, kann nachvollziehen, wie ich mich fühle. Keiner von euch kann... Du kannst ja auch nicht nachvollziehen, wie ich mich fühle. Ich kann nachvollziehen... Kannst du nachvollziehen, wie ich mich fühle, Annette? Hallo? Gerade enthopft. Äh, ja, unterhopft auf jeden Fall, ja. Unterhopft, ja. Du hast mich durchgeschaut, ja. Wie ich bin. Einfach nur deswegen, weil niemand mein Leben geführt hat. Ihr wisst über mein Leben ja, ach, so viele Sachen. Ja. Nur zwei Prozent natürlich, ne? Klar. Nur zwei Prozent, aber... Ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich nicht so... Also ich bin auch garantiert in meinem Leben schon falsch abgebogen. Aber Gott sei Dank noch nie so oft falsch abgebogen. Ja. Ist jeder mal. Bestimmt jeder mal. Ja. Ihr wisst über mein Leben genau die Sachen, die ich bereit bin, euch mitzuteilen. Naja, die man vielleicht... Wir wissen auch über dein Leben, das, was du erzählst, während du glaubst, du wirst nicht aufgenommen, halt. Das ist... Und das ist genau der schwierige Teil, so, weißt du. Das ist halt... Vielleicht aufgrund von YouTube oder so mit Abonnenten, Followern und so weiter oder ähnlichen Aktionen vielleicht mal mitkriegt. Aber über mein Leben selbst wisst ihr nichts, schon gleich gar nicht, wie ich denke oder was ich denke oder wie ich drauf bin. Ihr wisst nur das, was ihr zu sehen bereits seid und das, was ich bereit bin, euch mitzuteilen. Und von dem, was ich euch bereit bin, mitzuteilen, wird dann meistens nicht mehr die Hälfte geglaubt. Was dann letzten Endes wieder dazu führt, dass ich letzten Endes wieder gesagt wurde, dass ich lüge. Was letzten Endes dazu führt, dass ich letzten Endes das wieder... Okay, okay, okay. Das Ding ist aber auch, wenn du ein wenig öfter mal die Unwahrheit sagst, dann... Fendieren Leute dazu, dir weniger zu glauben. Nicht zu glauben, ja. Das ist so. Oder arrogant bin. Oder ein Stück Scheiße, da weiß der Geier was. Hat er gesagt, nicht ich. Meckert von mir aus euer ganzes Leben lang über mich. Wir haben damit die Erlaubnis bekommen. Haben wir ja schon früher. Aber das wird ja dann im Nachgang wieder als Karkasmu und Ironie ausgedrückt. Nee, nee, nee. Er hat uns gerade die Erlaubnis gegeben hier. Ganz klare Sache. Macht das. Das ist eure Zeit, die ihr damit verschwendet. Und das ist euer Glaube. Mach ich gerne, mach ich gerne. Ich hab da Spaß dran. Und wenn wir Spaß dran... Sorry, ne? Ja, wenn wir Spaß dran haben, ist die Zeit ja auch nicht verschwendet, oder? Das wäre das Gleiche, als wenn ich sagen würde, hör mal, die Annette hier, die spielt jetzt wieder God of War. Das ist aber verschwendete Zeit, weil es ein Videospiel ist. Aber es macht ja Spaß. Also es ist doch keine verschwendete Zeit. Ja, das ist... Das finde ich auch immer, wenn... Hier auch immer Leute von außen halt dann irgendwelche Artikel lesen und dann sagen, Oh, da hätte ich gar keine... Ja, da hätte ich ja gar keine Zeit für hier, mich damit zu befassen und so weiter. Aber diese Leute töpfern zum Beispiel in ihrer Freizeit. Und mir, Bruder, deine hässlichen Tonwasen kannst du für dich behalten, so. Weißt du? Ja. Oder gehen angeln zum Beispiel, mach ich auch gerne. Ey, du... Angeln ist... Erstmal, ich mag keinen Fisch. Ich auch nicht. Und dann halt ich's halt... Und dann sitzt du halt dann nur stundenlang. Ich glaube, die meisten Leute gehen nur zum Angeln. Ich glaube, die meisten Leute gehen nur zum Angeln, weil sie sich dann mit einem Kumpel ans Wasser setzen können und einsaufen können. Woher weißt du das? Du klickst wie Profi-Angler. Nee, ich hab das wirklich... Also ohne Spaß, ich setz mich halt auch alleine, ne? Ich setz mich einfach gerne ans Wasser. Das ist so, ey, die Routen sind drin, alles ist aufgebaut und so. Dann lehnst du dich halt zurück, guckst auf Wasser, pustest aus und denkst so, ach, so kann's sein, ne? So kann's bleiben jetzt gerade. Das ist einfach schön, am Wasser zu liegen oder am Wasser zu sitzen. Ja, mir wär das nichts. Mir wär das schon wieder viel zu nichts sagen. Aber ey, wenn du Spaß dran hast, dann mach. Ist halt entspannt für mich. Weißt du, wenn du Spaß dran hast, dann mach. Ich weiß nicht, wie viele Fische ich schon hab entkommen lassen, wenn ich einen Biss hatte, dass ich einfach zu faul war, aufzustehen. So dass ich denk, ne, Bruder. Das ist aber ein neues Level, ne? Friss den Scheiß, mir doch egal. Ein Kumpel von mir hatte mal einen Angelhaken im Sack stecken. Junge, das ist aber sehr angenehm, stimmt. Aber den musst du ja komplett durchstecken dann, ne? Damit du ihn wieder rausbekommst, weil der Wierhaken dran ist. Jaja. Ach, nee. Lass uns lieber weiter. Ich hab was Angenehmeres, Reini. Sätze, die sie eigentlich niemals sagen würden. Ich hab was Angenehmeres, Reini. Wenn sich's irgendwann herausstellt, dass es nicht so ist. Die Hälfte haben im Laufe der letzten Jahre mehr Irrglauben für sich selber gehabt. Nö. Als das ich gesagt hab. Den Satz hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden, aber okay. Ey, du. Okay. Lass mal einfach so stehen. Ja. Ich hab die Hater besser einschätzen können, als sie mich einschätzen. Das ist eigentlich falsch. Weil die Hater kennen dich viel, viel besser als du die Hater. Weißt du, er kennt zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir mal dich. Er kennt dich garantiert nicht. Nicht ein Prozent aus deinem Leben. Ich würd's nicht was sagen. Und du kennst schon zwei Prozent aus seinem. Das ist ja schon mehr. Ich schaue meine Videos nicht. Doch, das glaub ich schon. Ich glaub schon, dass du deine Videos schaust. Deine schon. Ja. Und. Nee, aber. Ich find's schön, wenn du dich jetzt freust und nicht abwartest, was ich sage, was er zu deinen Videos tut. Wenn er deine Stimme hört. Weißt du? Dann wird schon mal der. Ah, schnell weg. Nee. Nee, aber das Ding ist ja, ähm. Es gibt. Haben wir am Anfang des Videos so schon gehabt. Es gibt ja nicht nur den Hater. Nö. Es gibt ja nicht den, weißt du, Otto Normalverbraucher, den Hans, den Hans Muster Hater, so. Spricht man nicht aus. Das ist ja der Woll der Hate jetzt. Er spricht, das Wort Hater spricht ja niemals wieder aus, hat er gesagt. Ist jetzt wie, äh, der du weißt schon wie. Oder du weißt schon wer. Aber es gibt halt nicht Hans Muster Hater, so. Nee. Das ist ja auch das, worum das Video von der Heiligen Obenkäse zum Beispiel ging. Ja. Und wie gesagt, deswegen kann er ja die auch gar nicht durchschauen. Aber was will er denn da großartig durchschauen? Jeder hat ja seinen eigenen Beweggrund. Wenn du, wenn du jetzt mal in die Runde fragst, wenn du zehn Leute fragst und sagst, warum bist du im Game, wirst du auch teilweise unterschiedliche Antworten bekommen. Selbstverständlich. Und das ist auch. Nicht unbedingt zehn unterschiedliche, aber auf jeden Fall mindestens fünf verschiedene. Ja, aber das ist doch auch das Schöne am Game, finde ich. Das macht das Game doch so spannend und so interessant noch. Auch wenn Reinicat nicht mehr so viel liefert. Man guckt ja auch, du hast ja auch gesagt hier, ähm, man guckt Let's Plays nicht nur aufgrund des Spiels, sondern aufgrund, äh, des Streamers. Wenn du was Witziges haben willst, guckst du halt zum Beispiel Hand of Blood, hast du gesagt. Wenn du was, äh, was Seriöses oder was haben willst, guckst du halt den Bruga. Und wenn du das Beste haben willst, guckst du den Arni. Mich durch, du schaust meine Videos und du hörst mir auch noch zu. Ja, manchmal passiert das. Ich fand halt das Schönste, als du nicht, also als du zugegeben hast, dass du, wenn du das Beste schauen willst, das Beste vom Besten, schaust du Let's Plays vom Arni an. Jetzt glaube ich, dass du schon wieder mein Video nicht mehr gesehen hast. Ich war betrugen, okay? Oder entsprechend gehopft warst, genau. Ähm, ja. So, und so schaut man's auch bei anderen Reactern oder so an. Man schaut sich ja das Gleiche, dieses, was ich alles habe, hat bestimmt jeder, der hier zuguckt, schon mal geguckt. Aber vielleicht doch nicht eben beim Arni oder Nette. So, und dann schaut man sich da nochmal an. Genau. Und das ist das, was Reini in seinen Let's Plays nicht versteht. Dass das Spiel nicht unbedingt immer im Vordergrund stehen muss. So wie hier auch dieses Video nicht im Vordergrund steht. Nein, weil das Spiel ja nicht der, der Selling Point eigentlich vom Video ist, sondern der Selling Point ist ja eigentlich der Let's Player. Genau. Die Unterhaltung muss ja eigentlich der Let's Player bringen, weil das Spiel kann ich mir, wie gesagt, in Walk-Füße anschauen oder ich spiele es im schlimmsten Fall sogar selber durch und mache das Bessere und schneller und habe da noch Spaß beim Spielen. Außer bei Outlast hast du Angst. Ja, Outlast habe ich Angst. Du weißt, wie viele Leute mir deswegen in die Kommentare geschrieben haben, oh, wir wollen Outlast, Nette, Let's Play. Ich hoffe viele. Ja, ich will keins machen. Ich habe Angst. Ich habe die Hater besser unter Kontrolle, als sie glauben, dass ich sie habe. Schwierig. Gut, es mag sein, dass ich... Sagt der Tanzbär, ne? Wenn einer sagt, du hast keine T-Shirt, dann zeigt er, ich habe 21 T-Shirt. Gut, passen mir alle nicht mehr, aber ich habe sie. Ich habe einige Leute durch Provokation und sonstigen Scheiß aufregende und sonstigen Mist. Aber es ist letzten Endes trotzdem so. Umso mehr Mist ihr baut, umso mehr labert ihr, umso mehr Scheiß. Wenn er letzten Endes sagt, ne? Ich habe ein paar Kommentare schon gehabt, die dann gesagt haben, wenn die letzten Endes hören, machen die letzten Endes. Wuhu! Ja, du hast es immer im Kopf. Ich habe gestern einen Film geschaut und da kam halt letzten Endes drin vor. Und ich habe immer im Kopf, letzten Endes, wuhu! In einem Scheiß-Film, Alter. Scheiße hier brauchen. Du musst dich auch so zusammenreißen, generell, wenn Leute halt unabsichtlich, also Leute, mit denen du korrespondierst, unabsichtlich Drachensprech verwenden, ne? Ja. Das hat mich weggemeddelt oder so, das ist schwierig. Ne, ne, auch wenn Leute irgendwie sowas wie sagen, ne, ja, Fakt ist aber und... Oh ja. Der Kopf, du sagst nichts, sagst nichts, sagst nichts, sagst nichts. Fakt ist Let's Dance! Es ist wirklich schwierig. Ja, ja, ist echt so. Ich bin am Ende immer noch hier. Nein, du bist am Ende, damit hättest du dir das beenden sollen. Ich führe mein Leben. Ihr müsst euch in mein Leben ein, nicht andersrum. Du hast gerade gesagt, er hat gerade gesagt, er hat die Hater oder Kontrolle. Und jetzt sagt er, ihr müsst euch in mein Leben ein, nicht andersrum. Das beißt sich ja weg, würde ich sagen. Ruf mal Kollegen, ich mache hier nichts. Ich möchte mit euch quatschen, was ich so den Tag über gemacht habe. Möchte mit euch vielleicht mal ein paar Spiele... Was hat er den Tag über gemacht? Er hat was im Garten gemacht, ein bisschen was im Hof, ein bisschen was am Zaun. Wixene, Daddelne, Fressene... Fressene, fertig. Spiele, möchte vielleicht für euch mal streamen, möchte vielleicht mit euch einfach ein bisschen da sitzen und Musik hören. Ja, da bin ich immer spannend. Aber ihr kommt hierher und provoziert mich und schreibt mich an. Ich war noch nie da und habe mich provoziert. Ich provoziere an sich sowieso nicht. Für mich sind solche Videos immer so ein bisschen Hintergrund-Geseier von meinen Videos. Man macht ja eigene Projekte raus. Und deswegen geht auch so ein 11-Minuten-Video wie das hier jetzt schon mal etwas über anderthalb Stunden. Und labert mich Tumor und macht meine Sachen kaputt und mein Haus und alles, was ich mache, alles, was ich liebe, alles, was ich möchte. Sehr geehrter Herr Decker, ich darf Sie darüber informieren, dass ab 1.7.2022 die Stundenpauschalen für die Korrespondentin Annette Mulle gestiegen sind. Das hätte mir vorher mitgeteilt werden müssen. Ich finde es schön, alles, was ich liebe, das ist ja nicht so viel. Und dann alles, was ich will oder was er noch gesagt hat, alles, was ich möchte. Das sind aber schwierig. Schwierig. Und mein Haus und alles, was ich mache, alles, was ich liebe, alles, was ich möchte. Alles, was er möchte, ist ziemlich viel. Ja, am besten ganz viel Geld und sich um nichts kümmern. Tut mir leid, ich habe gerade kurz posiert. Ich habe, es läuft schon weiter jetzt wieder. Du hast mich hier gehört. Ja, alles, was er möchte. Ein Haus, viel Geld, sich um nichts kümmern. Um Gottes willen, niemals nur 30 Stunden in der Woche arbeiten. Um sechs, ne? Also sechs, ne? Eine Frau, ne? Und zehn Kinder, ne? Ja. Schwierig, schwierig. Wird schwierig. Mach ruhig so weiter. Mach das. Okay. Danke für die Erlösung. Er ist ein gütiger Gott, würde Vodl sagen. Er ist ein gütiger Gott. Wir dürfen so weiter machen. Er ist ein sehr gütiger Gott. Ja. Ihr werdet die Welt in Brand setzen. Ich werde vers... Nein, werde ich nicht tun. Nein. Versuche sie zu löschen. Und so wird es nämlich immer laufen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Also ist auch ein Hinblick auf seine Aussage mit, ja, also hier meine ehemaligen Bewohnerdorf. Nachbarn und so weiter, die wollen jetzt ein Fest veranstalten. Guckt doch da mal vorbei, ne? Ihr könnt ja alle mal hingehen. Das ist richtig Brandlöschung, ne? Das ist richtig Brandlöschung, ja. Das ist richtig Brandlöschung. Er will das Fest löschen. Ganz klare Sache. Bevor es brennt, wieder schon mal löschen. Block, bis zum nächsten Mal, Herr Drache. Tschö, tschö. So, da sind wir mit dem Video durch. Endlich, haben wir es geschafft. Jetzt habe ich aber auch hier knatschende. Schön anrein geknatscht. Wir haben es geschafft. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Wir haben auch fast elf Minuten gebraucht. Ist okay. Ja, ein bisschen hier und da, ne? Schwierig. Wenn man mal ins Quaken kommt. Gut, hey, du kriegst, was du bestellst, ne? Ja, ja, ja. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Sicher das erste Video, was wir zusammen gemacht haben. Das stimmt. So Leute, was haben wir aus dem Video gelernt? Es wird bald ein Drang Games Scrabble geben. Ja. Mit Just Nero und Nile. Ich finde die immer noch sehr gut. Was? Was? Äh, ja. Es wird ein, äh, eine nette Outlast-Platz-Player geben. Finde ich auch sehr schön. Ne, im Moment. Äh, das sind so zwei Sachen, die ich schon mal geben werde. Nein. Finde ich schön. Finde ich schön, finde ich schön. Bitte nicht. Da sehe ich mich. Das finde ich gut. Oh, das ist gerade im Sale. Das kostet nur 2,50 Euro. Nein. Let's go. Nein. Keine Ausreden hier mehr. Keine Ausreden. Das Spiel ist so teuer. Nee. Es kostet 2,50 Euro. Der No Shit ist halt gerade 85% Rabatt. Ja, dann kauf es doch. Let's go. Und dann kommt ab morgen das neue Let's Play-Projekt. So, jetzt machen wir aber Schluss hier. Ich muss noch, äh. Schluss, ne? Ja, ich muss jetzt echt dringend, ich bin halt so ein Suchti. Ich muss echt dringend an die Quarzen gehen. Und den Pool. Flex, Flex. Flex. Ja, ich habe einen Pool übrigens. Vielleicht gehe ich da mal mit Just Nero rein, den kenne ich nämlich. Gut, Leute. Danke, Annette Munde, dass du hier warst. Das hat sich viel Spaß gemacht. Und, äh, nein, ich habe dich nicht nachgeäfft. Möchtest du dich noch zuerst verabschieden? Ähm, natürlich möchte ich mich verabschieden. Danke. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum... Was? Was? Okay, mach. Ja. Ich will ja nichts sagen. Ja, äh, es bleibt mir nicht so nett, ich viel zu sagen. Außer schneid euch immer schön an. Und von meiner Seite aus Metal Off. Und danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ja, äh, danke, dass du zu Gast warst. Ich habe ich dem nur anschließend. Schneid euch immer an. Egal wo. Auch im Bus. Und auf dem Roller. Und, äh, überall. Auch wenn es keine Gurte zum Anschneiden gibt. Dann schneid euch das Recht an. Das heißt, so eine richtige Karen sagt. In einem Reisebus steht mir ein Anschneigur zu. So ist es nämlich. Dann macht ihr schön wegen dem Pfandbonk. Macht ihr schönen Aufstand. So nämlich. Genau. Gut, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, dass wir uns nicht alleine antun mussten. Ich hoffe, wir sind jetzt im nächsten Video oder Streamende. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz viel lieben an euch. Metal off.